Ich wünsche Ihnen Früchtetraum von Ehrmann. Betten das, heute live aus Linz in Oberösterreich, präsentiert unter vielem Simply Red, Madonna, Ricky Martin, Heino, den Blödelbarten Otto, Howard Carpendale und Bette Midler. Und nun begrüßen Sie den Gastgeber des Abends, Ihre Linzer Torte, Thomas Gottschall. Guten Abend. Schönen guten Abend. Dankeschön. Danke. Herzlich willkommen in Linz. Wir sind zu Gast in Österreich. Guten Abend. Dankeschön. Danke. Danke. Überanstrengt euch bitte nicht gleich am Anfang. Ihr werdet noch viel zu klatschen haben, hoffe ich heute Abend. Also bitte nicht verausgaben. Natürlich herzlich willkommen auch zu Hause in Deutschland, in der Schweiz und allen anderen, die heute noch zuschauen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden während der Sendung nicht einschlafen, aber danach sofort. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert. Servus. Guten Abend. Es ist in Linz große Tradition, dass entweder von der Decke Menschen kommen oder von der Seite. Dankeschön. Also, aber Sie haben es, danke, Sie haben es, falls Sie es, falls Sie es nicht gehört haben, der Herr hat gesagt, Sie sollten kein Fleisch essen. Ich finde, Sie sollten es überhaupt nicht essen, Sie sollten Fernsehen gucken. Es ist dann morgen wieder Zeit, in Ruhe zu essen. Essen Sie, was Sie wollen, aber gucken Sie uns zu. Dankeschön. Ach, wissen Sie. Es hat, es hat halt jeder so seine eigenen Vorstellungen. Die Metzger sagen, essen Sie Fleisch. Der sagt, essen Sie kein Fleisch. Die Holländer sagen zum Beispiel, essen Sie Käse. Wir haben einen Gast aus Holland da. Herzlich willkommen. Das ist ein großer Kollege von mir. Guten Abend. Er ist nicht alleine da. Er hat nämlich eine Dame dabei, deren Herzenswunsch es ist, Madonna zu treffen. Heute Abend ist es soweit. Guten Abend. Das ist, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wenn du den Eindruck hast, ich mache was falsch, greif bitte ein. Und natürlich schmerzlich, sie wird von mir geküsst und wollte Madonna sehen, aber ist auch nicht. Ist irgendjemand meinetwegen gekommen vielleicht hier? Danke. Danke. Dann bin ich beruhigt. So. Ich bin Ihretwegen gekommen und natürlich, um zu sehen, was gibt es in Linz für Saalwetten. Wir haben deren vier. Und ich bitte Sie, wie immer gut aufzupassen. Es ist Entscheidung des Publikums, welche Saalwette wir spielen. Vorschlag Nummer eins. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, meinen Papa aus dem Bett und vom Fernseher wegzuholen. Er schaut, wetten das. Aha. Das wäre eine Vorstellung hier von Maria. Wir haben nicht nur Madonna, wir haben auch Maria, da sehe ich gerade. Also Vorstellung Nummer eins. Nummer zwei wäre, wetten, dass Sie es nicht schaffen, 25 Frauen zu finden, die eine höhere Stimme haben als Verona Feldbusch. Frau Schreinemarke ist schon auf dem Weg zum Telefon. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 20 Schumacher-Fans auf die Bühne zu bringen, die die finnische Nationalhymne singen. Das ist... Das ist nicht ungefährlich. In der finnischen Sprache ist die Verletzungsgefahr relativ hoch. Also insofern werden wir sehen, wo wir die Schumacher-Fans herkriegen, die finnisch singen können. Nächster Vorschlag, wetten, dass Sie es nicht schaffen, 11 LASK-Fußballspieler, die Linzer Fußballer, in die Halle zu bringen und mit Frau Verona Feldbusch in die Badewanne zu bekommen. Okay, okay, also Reihe nach. Ich merke schon, ich merke schon, wo es hingeht, aber bitte der Reihe nach. Also, wer möchte bis auf die Maria den Papa im Fernsehen haben? Sie dürfen zu Hause bleiben, großes Glück. Ja, das war... Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 25 Frauen zu finden, die eine höhere Stimme als Verona haben. 20 Schumacher-Fans mit der finnischen Nationalhymne. 11 LASK-Fußballspieler mit Verona in die Badewanne. Sind Sie aus Linz? Nein. Nein. Gut, also, es werden die Linzer Fußballspieler sein. Einverstanden damit? Jawohl. Ist Ihnen auf dem Weg? Darf ich mal ganz kurz... Stellen Sie sich mal vor, Sie hatten einen kaputten Fernseher. Der Mann sitzt hier mit einer Brille. Sehen Sie, dass... Ich hoffe, Ihr Fernseher ist in Ordnung zu Hause. Und ich würde jetzt... Ich würde jetzt... Von wem ist die Wette? Von dir. Ja. Bitte schön. So, bist du ein Fan? Ein Fan der Linzer? Oder hast du gedacht, mit denen kann ich dann vielleicht mit in die Wanne steigen? Ich bin Linzer. Du bist Linzer? Ja. Also, du würdest die Spieler auch erkennen. Das ist natürlich eine ganze Fußballmannschaft. Sind Ersatzspieler auch gültig? Wir müssen elf zusammenbekommen. Jawohl. Elf Spieler. Wo haben die heute gespielt? Ne, die spielen morgen, glaube ich. Morgen. Das heißt, die sind in entspannter Rückenlage zu Hause. Richtig. Also, wenn wir Glück haben. Um die Badewanne mache ich mir auch keine Sorgen. Um Verona auch nicht. Von der weiß ich, sie ist in der Nähe. Und die Spieler... Ich glaube, es werden einige Spielerfrauen jetzt ins Grübeln kommen, aber die Spieler selber packen bereits die paar Handtücher ein. Gut. Ja, okay. Das wäre also unsere Herausforderung. Wenn Sie... Und das werden wir ja leicht nachkontrollieren lassen. Und Sie kennen alle Spieler. Ja? Ja, Mitglied des Vereins sind. Dann jetzt also bitte den Kulturbeutel packen und dann einmarschieren hier zum fröhlichen Baden mit Verona. So, das ist erledigt. Und ich hoffe, wir können die Wette gewinnen. Jetzt natürlich auch heute in der Show wieder eine große Außenwette. Sie wissen, wir schalten immer in der ganzen Welt rum. Und wir schalten neuerdings immer wieder gerne zu Olli Dietrich. Olli, bist du da und wo bist du? Thomas, ja, Mahlzeit. Ja, danke. Hallo, Sportsfreunde in aller Welt. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend, Olli. Ja. Ja, Thomas, ich bin sehr weit weg von zu Hause. Sehr, sehr weit diesmal. Olli, wo? Ähm, Ausland, Thomas. Ausland. Sag bloß, ich bin auch im Ausland. Und wo? Äh, in Österreich bin ich diesmal, Thomas. Ey, das trifft sich gut. Ja. Jetzt kommt. Jetzt sagt die Stadt. Ähm, weiß nicht, kennst du Linz? Ach. Diese Zufälle. Olli in Linz, ich in Linz. Was, du bist auch in Linz? Nö. Olli, Olli. Na, was für ein Zufall. Ist das nicht lustig? Ja, das ist ein lustiger, kleiner, visueller Scherz für Sie. Aber ich habe gesehen, du hast ja wunderschöne Klamotten an heute. Die sehen bestimmt gut aus, wenn sie auf dem Bügel hängen. Ähm, ich nehme an, du ahnst, worauf ich hinaus möchte. Oh weh. Genau. Wir haben vom letzten Mal noch was stehen, nämlich deine Wetteinlösung. Für, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht mitbekommen haben, letztes Mal, worum es geht. Ähm, der Kollege Gottschalk wird zu Ihrem, meine Damen und Herren, aber vor allen Dingen natürlich zu meinem Pläsier am Ende dieser Sendung, sofern er natürlich die Wette verlieren sollte, seine Saalwette, wird er für jede fünf Minuten, die er überzogen hat, je ein Kleidungsstück ausziehen. Hahaha. Ja. So was mögen die Leute. Immer wieder lustig. Ja, ja, nein. Ja, und ich hoffe, dass es wirklich klappt. Jetzt erzähle ich mal etwas zur heutigen Außenwette. Meine Damen und Herren, Sie werden nämlich eine Frau sehen, die wird Auto fahren. Aber wie diese Frau Auto fährt, so was haben Sie mit Sicherheit noch nie zuvor gesehen und darüber mehr, wenn ich später die Wette vorstelle und mit ihr und ihrem Mann ein Interview mache. Aber das Ganze findet statt im Stadion des Linzer ASK und wir haben das ja schon gehört, die spielen heute nicht und zwar spielen die deswegen heute nicht, weil sie wegen uns ihr Spiel auf morgen verschoben haben. Dafür mal ein kleines Dankeschön, ein Applaus. Und das ist nämlich ein weltberühmtes Fußballstadion und das ist nicht weit von hier entfernt und durch allerhand Irrwege durch die Katakomben verbunden mit dieser Halle. Und warum das so berühmt ist, das gucken wir uns jetzt mal an und ich erzähle Ihnen was dazu. Denn 1985 fand in diesem Stadion das erste Endspiel in der Champignons League im Suppenfußball statt, meine Damen. Und zwar spielten damals hier Eintopf Frankfurt gegen Unox Amsterdam. Ja und für den damaligen Mittelstürmer von Unox Amsterdam, das war Peter Silje, sollte es der eigentlich krönende Abschluss einer versalzenen Bouillon werden, aber es kam alles ganz anders. In der 85. Brühminute fasste er versehentlich seinem Gegenspieler Tom Arte von hinten an die Gurke und sah dafür die rote Beete. Bei einem Leichtathletik-Meeting hier an gleicher Stelle im letzten Jahr überraschte der Altstar Karl Lewis die gesamte Konkurrenz mit einem Fabel-Weltrekord von 19,2 Sekunden. Noch nie zuvor lief ein 200 Meter Läufer die 100 Meter so langsam. Bei dem gleichen Leichtathletik-Meeting überraschte ebenfalls jemand etwas und zwar der finnische Ausnahmehammerwerfer Fiki Wäscheleinen. Er fragte seinen Trainer, warum er denn Mühe habe frisches Obst zu essen. Die Brezelslösung, ihm flog zuvor sein eigener Hammer an die Birne. Sollen wir alle, das ist die berühmtesten Fernsehsituation in Europa und wir laufen hier per... Thomas, mach mal eben, warte. So ein Scherz. Olle, jetzt haben wir dich verloren und du hast dich verloren. Wir haben dich am Ende nicht mehr gesehen und gehört, aber ich hoffe, du findest aus dieser Lage wieder raus. Und ich mach hier weiter. Wir haben natürlich auch, was die Dekoration betrifft, uns ein bisschen was einfallen lassen, aber das ist nicht nur hübsch, das sind auch für mich so kleine Eselsbrücken. Die Sendung heute dauert sehr lange und ich hab mir gedacht, es muss zwischendurch immer wieder so ein paar kleine Erinnerungen geben, wie es eigentlich weitergeht. Das zum Beispiel ist Herbstlaub. Wenn ich Herbstlaub sehe, denke ich an Holunderstrauch und dann fällt mir Feldbusch ein und hier ist sie. Es hat lange gedauert. Verona, Feldbusch! 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 Also, Sie sehen schon, wir küssen auf einer Ebene, das gibt's ganz selten, hm? Ja, ich bin ein bisschen größer als du, glaube ich. Danke schön, ja, ich hab auch extra die Pumps angezogen, aber es hat nicht ganz gereicht, weil da kann ich nicht mithalten. Oh, kommst du damit sicher über die Straße oder gibt's immer irgendwelche Herren, die dich führen? Nee, deswegen trage ich ja rot, weil dann die Autos immer bremsen. Nicht schlecht. Ja, ich denke an alles. Bitteschön, Verona an dem Platz. Dankeschön. Ach, geht das, ja? Ja, wunderbar. Bei dir auch? Bei mir ist alles wunderbar. Guck mal hier, so. Schön, dass das Herbstlaut wird sofort wieder grün, wenn du dich draufsetzt. Ich hab mir auch ein bisschen was überlegt. Natürlich zum ersten Mal, dass wir uns richtig sehen, wobei ich dich jeden Tag sehe. Es gibt bei mir so ein Verona-Suchspiel. Jeden Morgen, wenn ich die Zeitung aufschlag, sag ich, wo ist sie? Heute hab ich dich in der Bild-Zeitung zweimal gefunden. Ja, das gab es doch damals in irgendeiner Zeitung mit so einer kleinen Maus. Das war immer auf der letzten Seite, da waren so verschiedene... Feuerwerk, ja. Feuerwerk. Olli ist wieder da. Da hat einer dazwischen geredet. Also damals gab es das auf der letzten Seite mit so einer kleinen Maus und die musste man immer suchen. Die hat so einen Zeichner versteckt. Und das bist heute du? Genau. Verona, die Suchmaus. Nein, aber mir hat mal irgendein weiser Mensch gesagt, willst du was geltend, mache dich selten. Ich hab da auch nicht drauf gehört. Aber du hast kein Problem, da ist Verona hinten, Verona vorne. Vor allem vorne. Ja, das könnte man jetzt zweideutig verstehen. Also damit hätte ich vielleicht ein Problem. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz schön. Also es gehört ja zu meinem Job dazu. Ich bin gerne unter Menschen, mir macht das eigentlich sehr viel Spaß. Aber natürlich gibt es auch mal Momente, wo man für sich sein möchte. Und dann fährt man nach Mallorca, macht ein bisschen Urlaub oder so. Mallorca kennt dich keiner. Da kenne ich erst recht alle. Ja, gut, da kennen mich auch einige Leute. Aber man findet schon ein ruhiges Plätzchen. Also ich bin ja nicht weltweit bekannt. Es ist halt mehr in den deutsch sprechenden Ländern. Ich glaube, da hast du größere Probleme, oder? Nein, nein, in Mallorca, da kennt mich keiner. Fein. In der Badehose, also da sehe ich ganz anders aus als du. Ja, da hast du wahrscheinlich einen Vorteil. Also wenn du eine Badehose anziehst, da kennt dich keiner mehr. Obwohl, ich meine, wir werden es mal in der Farbe versuchen. Gibt es Badehosen in der Farbe? Was hältst du eigentlich von unserem Wettvorschlag, Mensch? Wenn die österreichischen Fußballspieler kommen, hättest du notfalls was zum Baden dabei? Oder geht das ein? Nee, ich habe das gerade eben im Backstage-Bereich gehört. Und ich habe irgendwie gemerkt, das Publikum ist irgendwie dafür. Also ich bin ja eigentlich für alles zu haben. Also ich weiß nicht, ob ihr die Jungs überhaupt auftreibt. Du, also ich glaube, die kratzen schon draußen am Tor. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich bin da guter Hoffnung. Wollen wir das Niveau der Sendung gleich ein bisschen anheben? Ich habe den Spiegel natürlich immer wieder, was dich betrifft. Du hast ja auch kleine Karten. Ja, aber ganz kleine. Die sind schon zu klein. Ich muss schon immer so weit gucken. Nein, aber Spiegelzitate kann ich mir nicht merken. Das schon gar nicht. Die haben über dich Folgendes geschrieben. Sie ist eine höchst lebendige Comicfigur, ein postfeministisches Kunstwerk, im historischen Augenblick da Sex und Erotik zwischen akuter Triebverwirrung und völliger Lächerlichkeit oszillieren. Stimmt es? Ja, da sind jetzt so viele Fremdwörter drin, da müsste ich eigentlich drüber nachdenken. Aber Comicfigur, finde ich, ist schon ein Kompliment. Wir können das nochmal in Ruhe durchgehen. Aber die Frage ist, Kult oder Comic? Ja, das ist natürlich die große Frage. Also ich selber denke, dass Kult eigentlich im Grunde genommen etwas ist, wo die Meinungen sich stark teilen. Und ich habe ja die Zeit durchgemacht, wo viele Leute gesagt haben, mein Gott, was macht die den ganzen Tag im Fernsehen, die Frau ist total blöde. Andererseits haben viele Leute gesagt, irgendwie ist sie auch klasse, die hat irgendwie Witz, die macht irgendwas Nettes. Und ich glaube, so ist mal dieser Kultcharakter entstanden. Aber ich würde mich doch für das Comic entscheiden. Nicht schlecht. Meine Frau, ich habe ihr gesagt, also heute habe ich Verona gesagt, die finde ich toll, die ist wie du, der ist nichts peinlich. Und das ist... Ist ja auch nichts peinlich. Nein, also jetzt nicht. Mit dir wäre man auch gar nichts peinlich, Verona. Aber der Punkt ist, dass man glaube ich, wenn man natürlich auch so einen Erfolg hat, ja eben nicht nur geliebt wird. Man sagt ja immer, Frauen können den Erfolg anderer Frauen nicht so ganz gut aushalten. Hast du da in der Richtung schon was gemerkt? Sind Frauen kritischer als Männer? Also gar nicht extrem Frauen. Also ich denke, es gibt immer ein paar Leute, die einen nie persönlich kennengelernt haben, die sich dann irgendwie eine Meinung bilden. Aber ich muss wirklich sagen, die meisten Leute kommen sehr freundlich auf mich zu. Das glaube ich. Und es sind auch sehr viele Frauen dabei, die mir eigentlich Komplimente machen. Und das finde ich eigentlich in dem Moment auch ganz besonders schön, weil da ist ja kein Hintergedanke, ne? Aber nein. Bei den Jungs manchmal schon, ja? Weiß ich nicht. Gibt es noch Männer, die dich entspannt dir nähern und einfach so ein bisschen sich wirklich trauen, dich auch zum Rendezvous anzuladen? Oder sind die alle schon ein bisschen so leicht auf der Public-Schiene? Weil es kennt dich dann jeder. Und wie geht das noch, dich irgendwo kennenzulernen? Ist wahrscheinlich relativ schwer, so eine Eisdiele oder was auch immer. Also eine Eisdiele im Winter trifft man mich eigentlich selten. Jetzt im Moment ist ja der Herbst, du hast ja gerade hier erwähnt. Aber ansonsten bin ich eigentlich ein sehr lebhafter Mensch. Und ich denke, dass, also viele Männer sind mal auf mich zugekommen und haben gesagt, am Anfang, wir hätten uns gar nicht getraut, dich anzusprechen. Aber wenn man mich so fünf Minuten beobachtet, ich rede gerne mit Menschen, bin halt sehr lebhaft und dann kommen die schon, sind ganz zutraulich. Also keine Frage, ich bin froh, ich bin ganz entspannt Goldi. Ich bin froh, dass ich sie da hab, du bist in, das ist gar keine Frage. Ich warte auf den Tag, bis es in Deutschland das erste Verona Feldbusch-Gymnasium gibt. Aber das ist nur noch, kann nicht mehr lange dauern. Lorise Inser-Gymnasium wird dann umbenannt. Du warst auch mal Lehrer, warst auch ein Gymnasiumlehrer? Ne, das hat so weit das bei mir auch nicht gelangt, Verona. Also so groß ist der Unterschied zwischen uns noch auch nicht. Also jetzt kommen wir zu unserer Wette. Wir haben für dich Jungs aus der Schweiz eingeflogen. Acht stramme Burschen und zwar geht es um das Thema Brücke. Hör mir zu. Heiri Schuler aus Edlibach in der Schweiz wettet, dass es ihm und seinem Team gelingt, eine selbsttragende Brücke ausschließlich aus Dachlatten zu bauen. Diese Brücke ist derart stabil, dass ein mit zwei Personen besetzter Pkw sein Gewicht dann ca. 1,5 Tonnen übrigens unbeschadet diese Brücke überqueren kann. Also das heißt, die Jungs bauen selber eine Brücke? Richtig. Verwenden die auch Nägel und Hammer? Nein, kein Hammer, keine Nägel, keine Schrauben, kein Leim. Nur, also stabile Latte ist ja ein Begriff. Einfach so eine, so eine... Nein, nein. Das habe ich jetzt außer weise verstanden. Nein. Okay, wie viele Jungs sind denn das? In Deutschland heißen die übrigens Bohlen, abgesehen davon. Abgesehen davon, aber wie viele Jungs sind denn das? Acht Jungs. Also acht Jungs. Achtundachtzig Latten, 3,25 ist eine lang und der Abstand zwischen beiden Brückenpfeilern ist sechseinhalb Meter. Ich mache dir das mal vor. Es ist nicht einfach zu begreifen. Es ist im Grunde ein physikalisches Phänomen. Ich erzähle dir ein Geschichterl aus der Schweiz. Stell dir also vor, die Jungs kommen von der Arbeit, der Bergbach ist reißend, die Brücke ist weg und die beiden Brückenpfeiler sind so weit voneinander entfernt, 6,50 Meter. Aber Sie haben auf Ihrem Auto 88 Latten, die 3,25 Meter lang sind. Sie haben keine Nägel, Sie haben keinen Hammer, keine Schrauben. Sind Sie in der Lage, eine Brücke zu bauen, um mit diesem Auto, in dem zwei Leute drin sitzen werden, hier rüber zu fahren? Ja oder nein? Also ich glaube, die Brücke bekommen die doch hin, obwohl ich das nicht ganz verstanden habe. Wenn das acht Jungs sind, dann sind das doch auch nur acht Latten, oder? Nicht bei den Schweizer, nicht bei den Schweizer. Aber ich glaube, ich glaube, dass Sie die Brücke hinbekommen. Also das mit den Latten, das dürfte kein Problem sein. Aber das mit dem Auto, das müsste ich irgendwie anzweifeln. Was wiegt das Auto? 1,5 Tonnen, wenn da noch zwei Herren drin sitzen. Und die werden drin sitzen. Also das glaube ich nicht. Also die Brücke sage ich ja, aber dass die Brücke das Ganze noch aushält, das bezweifle ich. Ja, das ist, das ist nicht dumm gedacht und insofern werden jetzt einige Herrschaften natürlich versuchen, Sie zu widerlegen. Verona, der Wetteinsatz. Manchmal bringen unsere Kandidaten mit und manchmal drücken wir ihr was aufs Auge. Wo ich dich so sehe, habe ich jetzt schon ein bisschen Traurigkeit im Auge, dass du bei der nächsten Sendung nicht dabei bist. Jetzt hätte ich so ein bisschen vor zu tricksen. Pass mal auf. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wenn du deine Wette verlierst, dann bist du beim nächsten Mal einfach so dabei. Wir haben einen Gast zum Beispiel, auf den ich mich sehr freue. Heesters. Hermann Heesters. Hermann. Jopi. Jopi. Hermann Heester. Das ist ein schlesischer Witz. Nein. Jopi Heester. Jopi Heesters. Wird 95. In dem Alter vergisst man das schon. Er wird 95 und wir haben gedacht, wir brauchen jemanden, der den Champagner kredenzt. Würdest du das machen? Der Mann freut sich bestimmt. Den Champagner servieren oder den Namen richtig aussprechen? Beides. 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 Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Jopi Heesters 95, der fühlt sich wie Hermann, wenn du reinkommst. Ich sag's dir. Also. Jetzt zum Beweis, dass es möglich ist, hier aus der Schweiz, Heiri Schuller und sein Team. Grüß dich. Da muss. Da muss. Heiri. So. Da sitzt sie. Sie traut euch die Brücke zu, aber sagt, die Brücke hält nicht, wenn das Auto drüber fährt. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Das wäre das Schlimmste, ja. Heiri. Natürlich wollen wir erstmal eure Kompetenz im Brückenbauen hier testen. Was macht ihr beruflich? Wir sind Zimmerleute. Zimmerleute. Wisst ihr also, was ihr tut. Aber Zimmerleute arbeiten ja kaum ohne Nägel und ohne Schrauben in der Wirklichkeit. Eigentlich nicht, ja. Also wir brauchen meistens Nägel und Schrauben, aber das ist eine spezielle Sache. So. Jetzt wird Verona mit Recht natürlich sagen, Moment, wenn die hier einen Pfeiler in der Mitte hinstellen, dann ist das ja keine Kunst. Dieser Pfeiler, Heiri, verschwindet natürlich wieder. Der geht wieder weg. Das ist nur ein Hilfsgerüst, dass wir die Brücke bauen können. Aha. Also die Brücke ist und bleibt freischwebend. Freitragen von hier bis da. Das ist der Punkt. So. Ich traue es euch zu. Wie viele Herrschaften sind die alle bei dir in der Firma? Ja, die arbeiten alle bei uns in Betrieb. Alles junge Zimmerleute. Gibt es viel zu tun für Zimmerleute in der Schweiz? Ja, wir haben sehr viel Arbeit. Gut. Also, ihr habt das in der Freizeit eingeprobt, die ganze Geschichte. Jawohl. Verona, und du bleibst dabei, sagt, ihr schafft es, die Brücke zu bauen, aber ihr schafft es nicht, dass die hält. Ja, also wenn die keine Nägel verwenden, muss ich das anzweifeln, obwohl die Jungs sehen wirklich tatkräftig aus, aber jetzt habe ich ja schon gewettet. Gut. Du hast dich festgelegt. Ihr bereitet euch bitte vor. Sagt mir, wenn ihr soweit seid, ich gebe es in zu Verona. Schweizer Männer. Schweizer Männer. Schweizer Männer. Gibt es für dich so, dass du sagst, die Italiener sind es für mich, oder die Schweden, oder die Schweizer? Gibt es so ein bisschen? Ja, eigentlich sind es mehr so die blonden Moderatoren. Die blonden? Du mach, wir können berühmt werden. Also, wenn... Meinst du? Ja, wenn wir beide uns irgendwo finden, dann haben wir vier Wochen, sind wir vorne drauf. Ja, wo sollen wir uns denn finden? Vielleicht können wir irgendwas ausmachen. Tja. Oh, 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 oh. Wird da einer eifersüchtig, oder nicht, wenn ich mal so hintenrum fragen darf? Also, ich glaube, bei dir würde jemand eifersüchtig werden, aber ich bin ja ganz alleine. Immer noch gar... Also, all die Gerüchte, ich meine, du konntest auch lügen, aber all diese Gerüchte, nichts dran. Glaubst du auch Lügen hier in der Sendung? Du, ich lüge dauernd. Ehrlich? Nein. Ne, also, ich bin im Moment... Wenn ich Hermann sag. Ich bin im Moment ganz alleine. Ist das nicht traurig? Das ist wirklich traurig. Einige Herren fangen schon an zu weinen zu Hause, andere packen die Koffer. Was ist? Aber du bist nicht auf der Suche. Du bist entspannt alleine. Du hast ja viel zu tun. Ich hab ja gelesen, du hast ja einen riesigen Hofstaat-Mensch des Kindes. Hab ich mir aufgeschrieben hier. Manager, Anwalt, Friseur, Fahrer, Bodyguard, Make-up-Mann, Freundin, Koch, Aufnahmeleiter, Betreuerin, Freundin. Ja, also, so alleine bin ich nun auch wieder nicht. Ich hab eine ganz tolle Familie, mit der ich sehr viel zusammen bin. Ich hab einen kleinen Hund, mit dem ich gern joggen gehe. Ich hab viele Freunde. Nur so einen Partner hab ich halt im Moment noch nicht. Aber das find ich auch gar nicht so schlimm, weil ich eigentlich immer mein Leben in einer festen Beziehung war und das erste Mal so knapp zwei Jahre keinen Freund hab. Und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, dieses Solo-Sein. Aber im Grunde genommen bin ich schon so ein Familienmensch. Und du willst nach wie vor fünf Kinder, hab ich gelesen. Ja, fünf Stück. Du bist langsam, also... Ja, ich bin kein Mensch, der da ewig nachrechnet und sagt, wie viel Zeit hab ich noch. Ich denk einfach, wenn man sich das wünscht und wenn man das wirklich will, dann hat man irgendwann mal seine Kinder. Aber am Trainieren bist du schon ein bisschen wenigstens. Wie soll ich das denn verstehen? Ja, ich meine, es passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber lass dir ruhig Zeit, du bist ein junges Kind. Ich hab's ja auch zu zweien gebracht, immerhin. Ich moderiere ja nicht umsonst. Piep, da lerne ich ja einiges dazu. Ja. Und insofern weiß ich, wie das geht. Gut. Was ich nicht weiß, erfahr ich von dir. Verona, jetzt glaube ich, sind die Schweizer soweit. Ja? Alles klar? Das ist alles? Nein, Moment. Das war die Vorbereitung. Das war das Training. Und jetzt kommen die Kinder. Achtung. Ich sage, jetzt ist der entscheidende Moment. Es gibt keine Zeitvorgabe für euch. Aber natürlich, das Auto muss drüber und die Brücke muss halten. Erste Wette heute Abend aus der Schweiz. Brückenbau. Top. Die Wette gilt. So. Im Moment wissen wir noch nicht, wie das eine Brücke werden soll, die hält. Hier werden verschiedene Latten auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. 1,5 Tonnen ist die Hausaufgabe. Jeder hat natürlich hier seinen Platz. Geübt haben sie das ein paar Mal. Optimistisch sind sie auch. Den Eindruck von Hektik entwickeln sie nicht, aber das tun Schweizer ohnehin selten. noch eine Lage. Und denken Sie daran, diese Mittelstütze muss natürlich raus. Oh, das ist eine gute Idee. Okay. Hier ist ... Juhu. Juhu. Irgendwie wird das also auf geheimnisvolle Weise miteinander verzahnt. Ob es aber dazu reicht, ein Auto auszuhalten, das wage ich gemeinsam mit Verona im Moment in der Tat noch zu bezweifeln. Jetzt geht in der Tat das Mittelteil raus, wie versprochen. Und ich würde sagen, ich mache schon mal hier den Fußgänger-Test. So, naja, also, das ist eine Hängebrücke. Mein Lieber, also du bist sicher, dass das hält? Ich gehe runter, weil das Auto kommt. So, Verona, bis jetzt hast du an die Sache geglaubt. Ab jetzt wirst du skeptisch, richtig? Jetzt werde ich aber wirklich skeptisch. Auto kommt und noch sind sie auf der stabilen Rampe. Jetzt kommt die Hängepartie. Oh, weia, oh, weia. Oh. Und, es knackt schon ein bisschen, ich höre es. Es knackt ganz schön, muss ich sagen. Es hat nochmal geknackt. Obwohl ich den Jungs ja gönne, aber trotzdem, es knackt. Ja. Ja, ihr lacht, aber es knackt. Der berühmte Knackpunkt. Und, schmutz. Bei dir in der Sendung heißt er G-Punkt. Oh, 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 oh. Glückwunsch. Bravo. Klasse. Ja. 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 Verona. Also ich kann nur gratulieren. Unterschätzt uns die Schweizer Männer nicht. Klasse. Hatte dir jemals Zweifel, dass es nicht klappen könnte? Weil geknackt hat es schon. Ja, letzte Woche hatten wir ein bisschen Mühe. Hä? Ja, die Dachlatten waren nicht mehr ganz so, wie wir sie wollten. Und dann hat es schon mal ein paar gekracht. Habt ihr die im Humidor gehabt jetzt, damit die also schön beweglich bleiben? Toll. Wetter eindeutig gewonnen. Dankeschön. Das beschert mir Verona in der nächsten Sendung. Wehe, du petzt dem Hestas, dass ich seinen Vornamen verwechselt habe. Hätte ich die Jungs vorher gesehen, hätte ich natürlich was anderes gesagt. Aber schlauerweise hattest du sie ja hinten aufbewahrt. Du hast sie kurz sehen können, aber... Du hast dich doch vorgestellt, ich habe gar nichts gesehen. Das tut mir leid. So bin ich. Tricksen, wo es geht. Dankeschön, meine Herren. Respektabel gewonnen. Wette Nummer eins aus der Schweiz. Die Hängebrücke. Heiri, Dankeschön. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne unserem nächsten Star zucken. Ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Früher glaubt ja jeder, Soulmusiker müssen alle schwarz sein. Aber einer hat uns vom Gegenteil überzeugt. Mick Hucknell. Holding back the years, right things. Welt-Hits mit Fairgrounds hat er sich dann wieder erneut vor zwei Jahren in die Herzen seiner Fans gesungen. Und heute ist er mit seiner Band bei uns zu Gast. Mit einer der besten Soulbands dieser Welt. Seine Single heißt To Be Free. Meine Damen und Herren, hier ist Mick Hucknell und Simply Red. To Be Free. To be free. Or to feel free. The first one. Is a myth. Yeah, to be free. Or to feel free. The first one. Is a myth. To be is to feel. And to be real. Is to see. Oh! Come on in! One more. You say you want me. He left us alone as day was dawning. You got more. Where did you get me? Red sleeps after sunrise has fallen. Your heart poured. Your heart on me. You dressed up for dawn way before me. He rapped as the sunlight was falling. Upon me. All right. All right. Give me that. Open up the world. Come on. Oh! Oh! Yeah, baby. Open up the world. Oh! 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 I want you to be free Oh yeah, baby To come is so organic, unbelievable The solitary sign to open up your mind I love you so organic, unbelievable The solitary sign to open up your mind Open up your mind Open up your mind Open up your mind Come on out Ah yeah Open up your mind I want you to be free I want you to be free Open up your mind I want you to be free Open up your mind 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 Dankeschön, Mick Hacknell, der Mann hat ja Verständnis. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, es ist noch nicht lange her, da hat die Bild den erotischsten Mann gesucht. Also ich habe meine Hoffnung gleich begraben. Ich bin nicht in den Top Ten, aber was ja noch toller ist, ich bin in den Hot Hundred, das ist ja noch toller. Aber Top Ten, da waren es andere. Mein Kollege Günter Jauch hat auch gehofft und hat dann lange geweint. Und ein anderer hat nicht nur geweint, sondern hat sogar einen Brief geschrieben. Er konnte es einfach nicht verwinden. Der Bierhoff hat gewonnen und er war nicht in den Top Ten. Heute ist er bei uns, der wirkliche, erotischste Mann Deutschlands. Hier ist Otto. Grüß dich. Gute Stimmung. Komm her, glänzend. Otto, nehmen wir sie in die Mitte. Ich glaube rechts ist deine gute Seite. Test, 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 ja geht. Kann man mich hören? Ja, gut, schön. Das ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Das drübe ich ganz durcheinander jetzt. Verona, du bist doch Fachfrau. Also was hast du zum Thema erotische Männer zu sagen? Geht eine gewisse Erotik von ihm aus? Absolut, also ganz im Ernst. Für mich ist das Wichtigste, dass ein Mann mich zum Lachen bringt. Und Otto hat sehr viel Humor. Im Ernst jetzt? Ja, ganz im Ernst. Das passen wir ganz gut. Schicke Schuhe hast du an. Vielleicht kommt die Erotik auch von der Mütze. Ja, also er hat was Erotisches. Das kann man nicht anders sagen, oder? Das finde ich sehr, sehr nett. Aber ich weiß, ich bin ein bisschen älter geworden, ein bisschen reifer mit der Zeit. Aber? Aber? Ich habe noch alle meine Haare. Hier. Ich trage meine amerikanische Frisur. My Pony is over the ocean. Aber eine Frage hätte ich mal. Wieso hast du hier reingeguckt und meine Schuhe gesehen? Ich weiß es nicht. Das war das Mikro wahrscheinlich. Ich habe es vertauscht. Kann ja mal passieren. Aber eine gute Frage. Aber du bist nicht dran. Thomas? Ja, gut. Wunder. Es ist schön, dass ihr mich mitspielen lasst. Ja, ach so. Aber ich verstehe den Mann. Ich bemühe mich auch gerade, was zu verstehen. Ich bemühe mich auch gerade. Mir gefällt das Outfit. Also so Recycling-mäßig. Ich war eine Konserve. Es gibt ja Männer, die schon ganz ins Schweißeln kommen, wenn Verona die Beine überschlägt. Das ist doch was ganz Besonderes. Mach mal, mach mal. Würdest du mal bitte? Na gut, man hat ja irgendwann mal gesagt, meine Moderationen hauen nicht so hin. Aber ich bekomme einen Standing Ovation oder sehr viel Applaus, wenn ich die Beine übereinander schlage. Übereinander? Ja, übereinander. Okay, los. Okay. Also, vielleicht könnt ihr beide mitmachen. Also erst mal die Füße so zusammen. Genau. Okay, gerade sitzen, Brust raus. Und, zack, und zur Seite. Ja, hallo. Wunderbar. Toll. Und wieder auseinander, Typik. Und wieder auseinander. Aber ihr beide habt Talent. Toll, aber du machst es am schönsten. Der Otto hat schon eine Standing Ovation. Also, wir haben, wir haben... Gut. Bitte, wir wollen das Niveau. Oh, wir wollen nicht, wir wollen nicht auf das Niveau von Piep. Nein, das möchtest du auch nicht, gell? Das würden wir uns hier erlauben. Wir würden uns hier erlauben. Wir beide nicht? Wir beide. Otto, es gibt ja einiges zu besprechen. Du warst fleißig. Ja, ich habe... Es gibt einen neuen Film. Otto, das darf man, das darf man nicht vergessen. Das nehme ich dir heute noch übel. Er hat mit seinem Kinofilm nach wie vor den Rekord, 12 Millionen, immer noch, he? Dein Otto-Film. Naja, für eine deutsche Produktion. Also, Titanic hat das natürlich überholt. Aber das war ja im Westdeutschland, aber früher gab es auch Osten. Also, da haben wir auch noch mal drei, vier Millionen reingeholt. Also, ist egal, ist jetzt nicht so wichtig. Von Titanic, von Titanic versenkt zu werden, ist keine Chance. Eben, auf keinen Fall. Schande. Aber jetzt gibt es was Neues von dir. Du hast gerade in einem großen Filmwerk mitgemacht, nämlich Mulan. Richtig. Da hast du zum ersten Mal synchronisiert. Das ist ein Walt Disney-Film. Der Leslie Mandoki ist der Musikproduzent von diesem Walt Disney-Film. Und ich habe mich gefragt, ob ich diesen kleinen Drachen spielen wollte. Das ist ein kleiner Drache, der in diesem Film vorkommt. Und ich sage, Disney, was soll ich denn überhaupt... Ich meine, ich kann überhaupt nicht synchronisieren. Außerdem bin ich mehr so ortefantösisch, weißt du. Und in dieser Richtung bin ich dann ins Studio gegangen. Und da kamen die Amerikaner von Walt Disney. Die sitzen dann da und hören dann zu. Die sitzen dann mit dem Kopfhörer und sagst du irgendwas. Weißt du irgendwas? Auf Deutsch. Und dann verset ihr ein oder andere. Und ich sage mal, ich muss den heiligen Drachen befreien. What the hell is this? Das war ein Problem. Aber mit der Zeit ging es dann ganz gut. Und dann sind die Amis auch mit den otto-spezifischen Sachen da einverstanden gewesen. Können Sie mich verstehen? Ja, na, das Linz ist fremdsprachlich. Otto! Oh, ja. Okay, geht's. Wir sind übrigens froh, dass wir dich hier haben. Die hätten dich auch gerne bei der Premiere gehabt, die heute nämlich ist. Deswegen machen wir einmal Premiere winken. Ach so, ja. Wir grüßen mal Köln. Da sitzen jetzt 6.000 oder 10.000 Disney-Fans. Und die möchten wir begrüßen. Hallo Jungs, halle Lady. Ich grüße auch den chinesischen Außenminister. Halt mal, hallo, 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 hallo. Otto, Otto, witzi, witzi, lachi, lachi. Und wir zeigen einen kleinen Ausschnitt aus einem großen Film. Mulan, Otto spricht den Drachen Mushu. Und dieser Ausschnitt reicht mir eigentlich. Jede Familie stellt einen Mann für die kaiserliche Armee. Vater, du darfst nicht gehen. Es müsste ein Wunder geschehen, damit die Armee nicht aufnimmt. Hat hier jemand was von einem Wunder gesagt? Wer bist du? Ich bin der Kraftfalle, der Wunderbare, der gigantische Mushu. Meine Arnen schicken eine kleine Eidechse, um mir zu helfen. Drache, Drache, nicht Eidechse. Wir machen nicht diesen Quatsch mit der Zunge. Wir werden angegriffen. Macht euch bereit. Ich habe eine Idee. Kommt, wir helfen. Fertig, Mushu. Okay, dann lass uns aus den Hunden mal schaschlig machen. Wer bist du? Euer schlimmster Albtraum. Mulan! Du bist ein Mordskerl. Mehr oder weniger. Ha! 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 Das wird's freuen. Das ist ein schöner Film. Und du hast ja das Albo von Eddie Murphy angetreten. Der hat das in Amerika gemacht. Ja, das war nicht einfach. Das habe ich mir die amerikanische Version natürlich angehört. Das war nicht einfach. Aber die Amerikaner habe ich davon überzeugt, dass er auch Anders Friese ein bisschen synchronisieren kann. Ja! Du kannst ja seit vielen Jahren... Du kannst ja seit vielen Jahren... Was denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Seit vielen Jahren kannst du sehr vieles. Es ist immer schön anzugucken, dass ein paar Herren unseres Alters ja immer auch noch was auf die Beine kriegen. Otto macht ja diese Comedy-Geschichte schon bevor sie andere gemacht haben und du machst sie heute auch noch. Richtig. Du kannst ja natürlich ein bisschen was hören. Wir haben natürlich hier die neue Otto-CD und zwar einen habe ich noch, die habe ich natürlich mitgebracht. Ja! Ich will sie mir nicht zu Hause anhören. Wir wollen natürlich was von dir hören. Die kann ich meinem Sohn schenken. Der hat gerade Geburtstag. Dein Sohn hat Geburtstag. Roman, ne? Ja. Ja, Roman, herzlichen Glückwunsch, alles Gute! Ich schenke dir diese CD und dann kriegst du auch noch hier... Nichts! Nichts! Roman! Roman! Hier ist noch ein Gameboy mit dem Otti-Fadenspiel, kannst du auch haben. Das rechne ich mit deinem Vater ab, okay? Aber erzähl der Mama nichts davon. Nein, nein, nein. Also gut. So, Dankeschön. Wieder schwer abgeräumt. Otto, nein. Natürlich schön, aber ich will meine Kinder nicht bevorzugen. Alle Kinder haben dich verdient. Bitte, irgendwas von dem Album hier fürs Gesamtpublikum. Das wird toll. Ja, ich weiß nicht, ob die das überhaupt wollen. Ja, aber natürlich wollen wir. Das ist okay. Otto! Test, 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 test. Habe ich noch? Reiß deine neue CD? Ich hab Otto. Viel Spaß. Das finde ich ja richtig rührend, wie Thomas da mit seinem Sohn so kommuniziert. Ich weiß, als ich klein war, da kam mein Bruder zu mir und sagte, du Otto. Ja? Du Otto, ich habe von Mama einen Vibrator in der Schublade gefunden. Was ist eine Schublade? Das ist so ein kleines Erinnerungsstück. Muss doch mal sein. Ich hab mich immer ein bisschen mit Talkshows beschäftigt. Ich sehe sehr, sehr gerne Talkshows. Viele, viele Talkshows. Und Sonja, Vera, Arabella reden schnell und immer schneller. Sie geben selbst an Vormittagen schon Antwort auf die letzten Fragen. Stammt der Mensch vom Affen ab? Stumpft das Kind beim Gaffen ab? Macht die Frau beim Schaffen schlapp? Wie lang ist ein Giraffengrab? Wo werden die Karaffen knapp? Schafft der Papst die Pfaffen ab? Legt man im Bett die Waffen ab? Was tun, wenn ich nen Schlaffen hab? Ja? Das sind wirklich große Fragen. Doch wer wird uns die Antwort sagen? Schäfer, Christen, Fliege, Meiser? Vielleicht werde ich bei denen weiser. Die haben so interessante Themen. Führt Alleinsein zu Problemen? Soll ich mir nen Vater nehmen? Oder meinen Kater zähmen? Schadet Blasmusik aus Bremen? Oder gibt's dafür Tantiemen? Kann in der Nase bohren, lehmen? Oder führt es zu Eczemen? Muss ich mich für Durchfall schämen? Oder mit den Arsch eincremen? Das sind wirklich große Themen. Das ist längst noch nicht die Krönung. Erst nachts folgt dann die volle Dröhnung. Bei Feldbusch, Elfers, Lilowanders, da wird dem Ottilie ganz anders. Denn gerade bei den späten Gästen, da weiß ich doch, das sind die Besten. Omas, die sich tätowieren, um Opas so zu stimulieren. Elfen, die ihr Bein rasieren. Priester, die ihr Schwein halbieren. Luden, die für Schmutz kassieren. Schniedel, die den Wutz massieren. Frauen, die Bein servieren, frieren. Iren, die nach Bieren gieren. Und ich seh auf allen Vieren Harald Junke einmarschieren. Will der wieder randalieren? Nein, man darf ihm gratulieren. Denn der Lall, die letzten Worte, ist auch Schnaps in meiner Torte. Ganz schön. Ja, Otto. Da müssen einige junge Kollegen noch lang trainieren. Aber einer hat noch länger trainiert. Das ist deine Wette. Der Mann heißt Jörg Friesenhahn. Und es geht ums Niesen. Wenn also ein Mensch gemeinhin niesen will, dann kann er das nur, wenn er schnupfen hat. Es gibt einige Hilfsmittel. Weron, hast du schon mal eine Sendung über Hilfsmittel gemacht? Das ist ein Nies-Hilfsmittel hier. Also der bayerische Schnupftabak. Der ist ja also hier bekannt. Den kann ich noch nicht. Kannst du nicht? Ne, das sind andere Hilfsmittel. Ist das eine Droge? Nein, das ist ein Schmeutzler. Und das hat auch unser Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt immer gerne zu sich genommen. Ich kann es mir jetzt nicht leisten. Aber dann braucht man auch die richtige Nase dafür, oder? Richtig. Ja, die hat er doch. Ja, das meine ich doch. Gleich, gleich. Nicht. So, nein. Wir haben einen Mann, der seine Kollegen zum Niesen gebracht hat. Und zwar 30 an der Zahl. Und das ist jetzt meine Wette? Das ist deine Wette, für die du tippen musst. Jörg Friesenhahn aus Udenhausen bei Bob Hart wettet. Dass er 30 seiner Arbeitskollegen und Kolleginnen nur an deren Niesen erkennt. Wie? Am Niesen erkennt? Ja. Wir haben das Niesen dieser Kollegen auf Kassette. Also Otto muss 30 mal niesen. Nein. Langsam, langsam. Da kommen Leute, die niesen und dieser Mann erkennt sie. Das sind Arbeitskollegen, das ist richtig. Richtig. Ganz ruhig, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Die Kollegen niesen, der Mann erkennt sie daran. Am Niesen. Am Niesen. Am Niesen. Am Niesen. Richtig. Jetzt versteht ihr das auch. Ja, ich wollte ihnen ja nur helfen. Du schaffst es schon. Du schaffst es schon. Danke, lieber Herr. Das ist, leben die beiden sich. Ihr seid so lieb zu mir. Ja. Es ist selten. Ja. Das wundert mich auch schon. Es sind selten, dass drei Leute auf der Couch sind und ich bin der Intellektuellste. Das ist auch nicht besonders schwer heute, ne? Eben. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Bitte, bitte, bitte. Ich muss das Niveau halten hier. Okay, dann leg ich los. Also. Warum hast du uns denn eingeladen? Das frage ich mich an. Hier ist Jörg Friesenhahn. Jörg. Ja, gar nicht so einfach die Idee, ne? Wenn man sie dann also schwierig erklärt, dann haben einige Probleme. Also, es geht im Grunde darum, dass du gesagt hast, ich erkenne Menschen am Niesen. Hat man bei euch in der Firma öfter Schnupfen als woanders? Wie kamst du auf diese Wette? Na ja, gut. Wir arbeiten alle in einem Großraumbüro. Was für eine Firma ist das? Das ist die Debiker Gruppe in Koblenz, speziell die Bausparkasse. Mhm. Und dann lernt man im Laufe der Zeit die Geräusche und Gewohnheiten der Kollegen zwangsläufig kennen. Ihr sitzt immer in so Kisten drin und man sieht die nicht, aber man hört sie. Das sind nur Trennwände, die sind maximal 1,80 hoch und der Rest ist halt frei. Also, du hast gedacht, oh, dann niest der Müller wieder oder May hat Schnupfen. So ist es. Irgendwann konnte man die zuordnen, die Geräusche, ohne dass man direkten Sichtkontakt hatte mit den Personen. Mhm. Ja und so ist eigentlich auch die Wette entstanden. Die Kollegen haben alle für dich natürlich dann Modell genießt. Hast du sie dann besonders noch zum Niesen auffordern müssen, um trainieren zu können? Haben die alle mitgespielt? Ja, das war ein Riesenproblem, die Leute auf Anhieb zum Niesen zu bringen. Mit Niespulver hat man gemeint, es funktioniert auf Anhieb, aber dem war leider nicht so. Es war ein schwieriger Prozess, den wir gleich vorstellen werden. Hier erstmal die Kollegen von Jörg Friesenhahn. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, bitteschön. Da sieht man, es sind eine ganze Menge. Und während Sie jetzt einmarschieren, präsentiere ich Ihnen, wie schwierig das Niesen im Notfall sein kann. Es ist nämlich in einem Falle wirklich eine schwere Geburt gewesen. Hier der Beweis. Ja, es hat nicht sollen sein. Alle anderen haben es geschafft. Du warst das, glaube ich, gell? Ja, genau. Du bist nicht zufällig Praktikantin, oder? Nein, bin ich nicht. Ausgelernt. Wie heißt du? Silvia. Silvia, knapp daneben. Gut, lass mich dein Präsident sein. Also, wir haben alle anderen zum Niesen gebracht. Herzlichen Dank. Sind Herren und Damen im Niesen sehr verschieden? Nur teilweise, ja gut. Es sind Unterschiede klar vorhanden. Also gibt es feminine Nieser und maskuline Nieserinnen? So ist es. Das erschwert die ganze Angelegenheit. Otto, das ist der Chor der Nieser. Hier unser Wettanbieter. Ich habe Verona vorher schon was auf die Augen gedrückt. Und deswegen möchte ich bei dir auch sagen... Er darf sie alle sehen. Er darf sie alle sehen. Das hilft ihm doch wenig. Darf sie doch sehen? Ja. Nein. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, weil man kann vielleicht beim Husten kann man bestimmte Meldungen durchschleusen, bestimmte Namen, bestimmte Codes geben. Und dann sagen sie über Jochen oder Achim oder so. Wussi oder was weiß ich. Aber beim Niesen, das ist nicht möglich. Also, ich glaube, das ist nicht möglich. Otto bleibt es nicht. Ich mag sie sehr gerne. Sie machen einen sehr sympathischen Eindruck, aber das schaffen sie nicht. Siehst du, Otto zweifelt. Otto, wenn du dich vertippt haben solltest, hätte ich eine schöne Idee. Wenn ich an Otto denke, denke ich an Ottifanten. Wir haben einen Ottifanten im Saale. Der macht dir etwas vor und du machst es nach. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Okay? Wie, wenn ich verliere oder was? Wenn du dich vertippt hast, du sagst, er schafft es nicht. Wenn er es doch schafft, dann bringe ich einen Ottifanten in den Saal. Der macht etwas vor und du machst es nach. Ich könnte auch sämtliche Jahreszahlen seit Christengeburt in der richtigen Reihenfolge hintereinander aufsagen. Das ist zu schwierig. Da geht Verona wieder raus. Also, wir haben jetzt... Okay, dann mache ich das. Okay. Bleib mir nichts anderes übrig. Schwierig, schwierig. Otto, ich habe... Der Ottifant ist da und es wird gemacht, was ich sage. Jetzt erstmal hier die Brille. Denn wir werden Ihnen natürlich zu Hause die einzelnen Nieser vorspielen, damit Sie sie persönlich kennenlernen. Aber Jörg darf nichts sehen und er sieht wirklich nichts. So. Ich passe auf deine Brille auf. Er muss vier aus fünf schaffen. Ich spiele ihm fünf Nieser vor. Wenn es sein muss, vier muss er schaffen. Wenn er den vierten schon kann, dann ist er Sieger. Und ich sage, top! Die Wette gilt. Bernd König. Bernd König, das ist richtig. So. Und Nieser Nummer zwei. Oder Nieserin. Ich will mich da nicht festlegen. Ich! Das müsste Janine Wolf gewesen sein. Richtig! Und... Der nächste... Nächstversuch... Tschüss! Kann ich ihn nochmal hören, bitte? Aha. Jetzt wird es schwierig. Jetzt muss ich replay. Und... So. Nochmal. Tschüss! Ellen Trieser. Richtig! Äh... Ellen Trieser. Richtig! Kann ich nochmal? Ja. So. Richtig! Richtig! Äh... Ich... I... Han Still. Jawohl! Gut. Das macht ihr euch, Und damit... Dankeschön, Arsha. Danke fürs Riesen. Glückwunsch! Jörg! Jawohl! Darauf trinken wir an, darauf miesen wir an. Jörg, grüße an! Ein netter Laden ist das bei euch, muss ich sagen. Also irgendwann komme ich zur Weihnachtsfeier, okay? Prima! Dankeschön! Mach's gut! Die Kollegen von Jörg, netter Verein, Dankeschön! Und ihr könnt gerne da bleiben und jetzt applaudieren, weil Otto seine Wette grandios verloren hat. Das ist... Das ist... Tunga! Und... Herzlich willkommen! Das ist ein echter Zirkusdirektor, Boris Senking. Das ist ein echter Domteur, Hardy. Und das ist ein echter Artifant, das ist eine echte Möhre. Das ist ein echter Thomas, richtig? Richtig! Ihr seid gerade mit dem Zirkus hier in Linz schon... Genau! Wie heißt der Zirkus? Unser Zirkus heißt Don Carlos. Wir spielen bis zum 15. November hier in Linz, am Jahrmarktgelenzer. Die Linzer kennen das. Tonga geht stimmt. Wir hatten heute Abend schon eine ausverkaufte Vorstellung. Heute Abend? Das kann nicht sein! Doch, das kann sein, Thomas. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Und ich muss sagen, Linz ist eine so tolle Stadt. Ich bin seit Mittwoch da und habe noch nie in so kurzer Zeit so viele tolle Leute kennengelernt. Siehst du? Genau! Das gibt einen Applaus! So ist es! Und wir wollen den Ortefant gesehen! Otto! Was für einen Scherz gehabt? Du weißt ja! Hey, komm! Ja! Guten Tag! Guten Tag! Oh, keine Angst zu haben! Es kann mir nichts passieren! Gut! Dann, also, pass auf! Ist der echt? Der ist echt! Ich dachte, der wird ferngesteuert! Jawohl! Okay, alle sind dort rechts! Der zweite oben rechts! Ist okay! Also, pass auf! Jetzt machen wir erst mal! Machen wir erst mal! Otto! Die Mutprobe! Und dann machen wir Otto die Kopfstandprobe! Lass mal gut sein! Ist ja schön gewesen! War ja ganz gut die Sendung bisher! Nein, nein! So! Was soll ich jetzt machen? Thomas! Nein, nein! Das wüsste! Bei wem? An Thomas! Komm her! Nein, 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 nein! Scheiße! Weg jetzt! Weg jetzt! Get out! Er setzt sich nur! Get out! Urling! Und mein lieber Otto! Komm her! Komm her! So! Teil 2! Das ist doch gut gewesen! Otto, er macht was vor, du machst was nach! Sei froh, weil er keinen Haufen macht! Oh nein! Komm! Kopfstand! So! Und Otto! Und Otto! Yes! Oh! Lasse! Otto, Hände waschen! Herr Direktor! Danke! Danke für den Besuch! Ciao! Ciao, Linz! Danke, Tonga! Ciao! Danke! So! Tonga, schöne Grüße zu Hause! Wichtig ist, dass man Hände wäscht! Kinder, ihr merkt euch das, wenn man einen Elefanten angepasst hat! Und dann hinterher immer Hände waschen! So! Aber ich meine, er ist ein richtiger Held! Ja, Otto ist ein richtiger Held! Das weißt du, er ist jetzt... Ja! Ohohoho! Guck mal hier! Bitte schön, die Herren Pontius und Philatus! So! Wir waschen uns die Hände in Unschuld, denn jetzt kommt sie! Sie kommt! Ich dachte, der Elefant ist durchgegangen! Nein, nein, nein! Sie ist Amerikas weiblicher Superstar! Mittlerweile lebt sie in England! Seit ihrem letzten Auftritt bei Wetten, dass mit Frozen hat sie allein von dieser Platte eine Million verkauft! Im Guinness Buch der Rekorde wird sie als erfolgreichster weiblicher Popstar geführt! Und bei der diesjährigen Verleihung der MTV Awards hat sie sechs von 19 Preisen bekommen! Heute ist sie hier, präsentiert aus ihrem aktuellen Album Ray of Light, The Power of Goodbye, Madonna! Das war's not open, so I must go! This valley's been broken, I loved you so! Freedom comes when you learn to let it go! Creation comes when you learn to say no! You were my lesson, I had to learn! I was your fortress, you had to burn! Pain is a warning that something's wrong, I pray to God that it won't be long! Do you wanna go higher? There's nothing left to try! There's no place left to hide! There's no greater power than the power of goodbye! Der Herz ist nicht öbsta, also kann ich gehen! Das ist die Schwung des Lebensschulden! Die Schwung des Lebensschulden gesetzt! Die Schwung des Lebensschulden! In der Erdung des Lebensschulden! Die Schwung des Lebensschulden! Untertitelung. BR 2018 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 Thank you. Thank you. The power of goodbye. Madonna. Hello. Ah, Madonna. I love you, huh? What do you say I love you in German? Ich liebe dich. Ich liebe dich. It's good to have you back. It's nice to be here again. Wonderful, huh? Yes. Always a great, always great crowd on your show. The last time you did a bet. This time, you're just singing, but it's beautiful. No, I'm not just singing. Actually, I've got a bet for you. She has a bet for me. See, it's a yoga pose. You take your coat off. Yoga? Okay. Thank you, man. That's... But you see, it's quite difficult for me to do, because I have a... Yoga. Yoga. Kollegen, Kollegen, es geht... Yoga heißt Konzentration. In sich gehen. Schweigen. In the universe. Okay, so what you have to do is... Here, you hold my mic. Absolutely. Okay, so what you have to do is you have to lift up your leg like this, right? Yeah. Take your leg and bend it in half to a half lotus. And then you take your arm and you bring it around and you hold on to your heel. Like that. Okay, now you do it. Ja, aber deine Schuhe haben ein Henkel, meine nicht. I mean... It's actually easier to do with flat shoes. Is it? Yeah, but don't knock me over, because I'm wearing heels. I'm so, yeah, but it's easy to do with short legs. Here, I'll help you. I don't have short legs. I don't have short legs. I... I... Come this way. Turn around. Also... Oh, wait, wait, stop. Hold on. Wait. No. Stand up straight. Breathe. Okay, you can't do it. You lose. The power of nothing. And the loser is... But... I'll get you some flowers. This I can do. The power of flowers. Madonna. Very persuasive flowers. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Always a pleasure. Thank you, everyone. Madonna. Dankeschön. Thank you. Bye-bye. Das ist... Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Toll. Tolle Frau. Also... Ich muss sagen, gefällt mir jedesmal besser. Diese Frau macht eine Entwicklung durch am Anfang, das war eine Gratzbürsten. Aber jetzt sowas von nett, also richtig. Und wenn die einem so den Schuh anfasst, also man könnte schweben. Jetzt ein Mann, der schwebt mit einer Geschwindigkeit, wo die wenigsten mitkommen. Wir haben das letzte Mal die Benzinbrüder gehabt, die Herren Schuhmacher. Und da hat er noch geglaubt, dass es klappen könnte, unser Michael. Aber es hat nicht sollen sein, denn einer war schneller und der ist heute Abend da. Hier ist der Weltmeister in der Formel 1, Mika Heckinen. Guten Abend, Liebling. Bitte schön. Otto. Hallo. Verona. Herzlichen Glückwunsch. Thank you. Thank you. Ich spieg finnisch, Englisch. A little bit finnisch. Ein bisschen finnisch, aber nur ein bisschen. So, Mika. Also erstmal sage ich Hüva Ilka. Hüva Ilka. Hüva Ilka heißt Guten Abend in Finnisch. Auf Schwedisch heißt Hüva Ikea, glaube ich. Und wir müssen gratulieren, denn es ist für dich ein tolles Jahr. Ja, du hast 98 geheiratet, du bist 98 Weltmeister geworden. Was kann noch kommen? Ja, vielleicht kannst du es du mir sagen. Wir haben, und das ist ein schönes Geschenk, auch deine Frau bei uns zu Besuch. Erja, das ist Frau Häkinen. Nochmal Glückwunsch. Man unterscheidet die Finnen ja in Häkinen und Häkinen. Also das sind die Herren und die Damen. Und er ist der bekannteste Finne jetzt überhaupt. Sind die Finnen überhaupt Formel 1 Fans? Weil Finnland und Autorennen, das geht sozusagen wie England und Wein. Man denkt also, das sind coole Menschen, da ist lange Winter, man kann ohnehin nicht schnell fahren, weil die Straßen immer vereist sind. In Finnland ist es tatsächlich so, dass wir natürlich sehr schwierige Wetterbedingungen haben, das stimmt. Und mit dem Eis ist es sogar besser, da lernt man wirklich schnell fahren, man lernt es auch so richtig steuern und kontrollieren. Was mir an Michael Schumacher auffällt, was mir an dir auffällt, man glaubt immer, die Autorennfahrer werden unglaublich heißblütige Menschen. In Wirklichkeit seid ihr eher ruhig, seid ihr relaxed. Ist das das Geheimnis? Vielleicht, aber ich bin, glaube ich, gar nicht so ruhig oder relaxed oder irgendwas. Bin ich gar nicht. Aber ganz ernst, ich glaube, dass gerade in der Formel 1 es ganz, ganz wichtig ist, sich ruhig zu verhalten, man muss in der Tat ganz ruhig sein, ganz cool sein, man darf keine Fehler machen und man muss sich wirklich unter Kontrolle haben, hundertprozentig. Manchmal, wenn man wirklich zu aufgeregt ist beim Rennen, macht man eben leichten Fehler und deswegen muss man sich unter Kontrolle haben. Auch wenn die Deutschen ein bisschen geschluckt haben, dass es nicht der Schumacher war, so haben sie doch zumindest gefreut, dass es der Mercedes da war letzten Endes. Hattest du das Gefühl, dass du mit deinem Auto auch einen gewissen Zuspruch bei den deutschen Fans gehabt hast, einen Silberpfeil ins Ziel zu fahren? Natürlich, auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Briefe bekommen aus Deutschland. Ich freue mich auch darüber von den Fans aus Deutschland. Und ich muss sagen, dass die mich ungeheuer unterstützt haben, die ganzen Fans aus Deutschland. Und ich bin deswegen auch sehr angenehm überrascht und ich bedanke mich dafür. Nun spricht man ja viel von der Konkurrenz der Rennfahrer, dass sie sich alle nicht mögen oder sich manchmal mögen, aber im Rennen, dann werden sie zu Todfeinden. Was würdest du, wenn ich dich jetzt frage, fünf Sätze zu Michael Schumacher über ihn sagen? Michael ist sicherlich anders als ich, ein anderer Mensch. Ich glaube auch nicht allerdings, dass er zweimal Weltmeister geworden wäre, wenn er nicht anders wäre, wenn er nicht so verdammt gut wäre. Er bringt ungeheuer viel, er steckt alles in seine Karriere, in seine Mannschaft auch, sein Team. Er fährt ungeheuer gut, ist ein ganz cooler, guter Typ, ein guter Junge. Und ich glaube, dass oft in der Formel 1 die Menschen vielleicht zu leicht das eine oder andere kritisieren. Also mit der Kritik kommen sie zu leicht rüber. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, die ihn wirklich so kennt, keiner weiß genau, was er geschaffen hat, was er geleistet hat. Seine Karriere ist unglaublich, also eine fantastische Leistung. Und ich glaube, dass wir natürlich sehr hart gegeneinander kämpfen, aber nur im Rennen, im Rennen selbst. Nicht, wenn wir uns so treffen. Da gibt es keine Kämpfe. Ich habe einmal ein Formel 1-Rennen erlebt. Das war in Monte Carlo. Und ich bin ja eher wie Otto ein kühler Nordmensch. Aber das hat was. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass für Frauen, nicht nur die Männer in diesen Autos, sondern überhaupt das Ganze eine gewisse Erotik hat. Weil es wirklich, es ist ein Krach, es ist eine Geschwindigkeit. Empfindest du es auch so, also wenn er so neben dir sitzt, sind Rennfahrer für dich ganz besonders interessante Menschen? Also ich habe mich seit kurzem für den Rennsport so ein bisschen interessiert. Und ich habe ihn auch vor kurzem kennengelernt. Und das war eigentlich ein tolles Erlebnis, überhaupt mal wirklich bei einer Formel 1 dabei zu sein. Aber ich denke, dass so Sportler ja in erster Linie nicht Showmenschen sind. Und vielleicht deswegen manchmal die Ausstrahlung haben, sehr ruhig und gelassen zu wirken, weil sie sich einfach intensiv auf ihren Sport konzentrieren. Aber ich habe mitbekommen, dass die Sportler sehr viel Humor haben. Ich hatte die Freude, an seinen Geburtstag teilzunehmen. Das liegt jetzt so ein paar Wochen zurück. Und es war ein sehr netter Abend mit seinen Eltern und allem. Und es war wirklich sehr nett. Also seine Frau war dabei, die ganze Familie. Du kamst aus der Torte. Nein, nein, ich kam nicht aus der Torte. Ich war eigentlich nur zufällig als Gast. Aber es war eine sehr nette Familie. Und ich habe gemerkt, die haben alle sehr, sehr viel Humor. Das ganze Team. Otto, wo waren wir da beide? Ich weiß es nicht. Was ich fragen sollte, ist, verstehen Sie mich? Ja, ja, das ist einer im Ohr. Er hat ein Dolmetsch am Ohr. Mir gibt es auch eine Hupe. Definit, wer? Natürlich gibt es eine Hupe. Das habe ich nicht gewusst, das wollte ich nur wissen. Wisst ihr? Apropos, er hat jetzt auch diesen Menschen da im Ohr. Was flüstern die euch immer rein? Ihr habt ja da immer so eine kleine Quäkstimme. Was erzählen die euch? Du siehst gut aus oder guck mal in den Rückspiegel oder was? Ja, beim Rennen ist es ganz, ganz wichtig. Das ist sogar sehr schwierig, aber wichtig, was die tun im Rennen. Was die uns da so reinflüstern. Denn man kriegt alle möglichen Informationen über das, was im Rennen gerade passiert, was die anderen Fahrer machen, was so gerade eben los ist. Die sagen ja auch, wie die Situation aussieht, vielleicht ein paar Kurven weiter, wann man zum Tanken reinkommen muss und so weiter. Und generell, wie das Auto ist, wie das Auto sich verhält. Wir haben ja auch einen Motor hinter uns, direkt hinter uns, mit 700 PS. Und wie du gerade gesagt hast, das sind verdammt laute Maschinen. Also es ist sehr, sehr schwer, überhaupt was zu hören. Was mich mal interessieren würde, Otto hat ja gerade gefragt, ob die Autos eine Hupe haben. Aber wenn man Hupe macht, auch doch keiner Platz, wahrscheinlich. Ist es so? Genau das. Sehr gut. Die Blickstück. Ich frage ja genau. Gibt's da auch Geisterfahrer? Äh, 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 Geisterfahrer? Das heißt Geisterfahrer-Finish? Geistli-Föri? Etat von Schmarrer. Ist mal passiert, dass einer wirklich in die falsche Richtung gefahren ist. Ein Falschfahrer, ja. Ralf Schumacher. No, no, no. Was dich mit Verona verbindet, ist, ihr habt, glaube ich, die gleiche Taliengröße. Mika war so nett und hat einen Rennanzug mitgebracht hier. Guck mal, das ist also ein schmales Kerlchen, wie die meisten. Mika, wenn du so nett bist, ich finde es sehr schön. Der Kollege Berger hat das übrigens vorgemacht. Euer österreichischer Freund. Für einen guten Zweck hat Mika einen Rennanzug mitgebracht. Und den wollen wir jetzt dem Bürgermeister Dr. Franz Obusch übergeben, damit er einem einen guten Zweck zuführen kann. Mika, hier ist der Oberbürgermeister von links. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Bitte sehr, kommen Sie kurz hier rum. So, natürlich werden wir diesen Anzug noch unterschreiben, ein Originalhelm. Und wir haben einen Stift hier, machen wir das gleich, damit das auf jeden Fall dokumentiert wird. Haben Sie eine Idee, ob man ihn versteigern kann und wofür? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, es wäre sinnvoll, diesen Anzug für einen privaten Verein, der gerade ein Therapiezentrum für behinderte Kinder in Linz, im Süden von Linz, aufmacht, der Geldprobleme hat, der kann den Erlös von seiner Versteigerung gut gebrauchen. Ich darf mich herzlich bedanken. Ich glaube, das wird einen tollen Erlös geben und die werden sich sehr freuen. Herr Dr. Obusch, danke schön. Thank you very much. Thank you very much. Mika, herkennende. Mika. In unserer Wette für den Mika geht es natürlich auch um Motor. Eine Wette aus Österreich. Und zwar, Olli hat es schon angedeutet, eine unglaublich gefährliche Wette. Also, es wird jetzt für uns zumindest für den normalen Zuschauer extrem spannend. Mal sehen, wie Mika das sieht, er ist ja gewohnt, in schwierigen Situationen zu sein. Mehr aber weiß Olli, der vorher sowohl tonlich als auch optisch irgendwo verschwunden ist. Ich hoffe, er ist in beiden Beziehungen wieder da. Olli Dietrich, können Sie mich hören? Ja, meins halt nochmal. Ja, ich habe mich jetzt wieder orientiert hier. Ich habe mich auch extra passend zu dieser Wette ein wenig umgekleidet, wie ich das ja immer ganz gerne mache. Ich habe vorhin gesagt, es wird eine Wette sein aus dem Bereich Straßenverkehr. Ich trage hier einen Original-Wachtmeister-Kleppermantel der deutschen Modeschöpferin Polly Tsai. Ein kleiner Karlau an dieser Stelle, der einmal gebracht werden soll. Jetzt geht es aber los. Wir gehen jetzt raus in das Stadion des Linzer ASK, denn dort warten unsere Kandidaten mit einer wirklich unglaublichen Wette. So, das sind nämlich, hier haben wir auch ein bisschen Publikum. Ja. So. Schönen guten Abend. Also, wir haben hier das Ehepaar Redl. Das ist die Elisabeth und das ist der Johann. Und ich erkläre jetzt mal, um was es geht. Die beiden kommen übrigens aus Sachsen in Österreich. Also auch ein großartiges Ehepaar hier aus der Gegend. Ich erzähle mal, um was es geht. Halten Sie sich fest, halten Sie die Luft an. Das Ehepaar Redl wettet, dass die Elisabeth es fertig bringt, hier im Stadion einen Slalom-Parcours zu fahren. In einem ganz normalen Pkw, wie gesagt. Aber sie tut dies nicht auf normale Art und Weise, sondern nur auf zwei Rädern. Das heißt, in einer permanent ausbalancierten Schräglage. Und damit aber noch nicht genug. Sie tut das Ganze auch noch mit verbundenen Augen. Können Sie sich so etwas vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und um dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, wird der Johann in einem anderen Fahrzeug hinterherfahren und versuchen, seine Frau über Funk um die Hindernisse herum zu dirigieren. So etwas Verrücktes, wie gesagt. Herr Redl, da drängt sich doch die Frage auf. Ist das wirklich ein ganz normales Auto? Es ist ein ganz normaler Serien-Pkw. Außer das eine Problem ist, dass das Differenzial gesperrt ist. Sonst ist es ein ganz normaler Serien-Messiger-Pkw. Ja, genau. Ich hatte auch mal so ein Auto aus Schokolade. Naja, das habe ich aufgegessen, da musste ich zu Fuß gehen. Frau Redl, Sie werden nachher fahren. Ich finde das unglaublich. Darf ich sagen, Sie sind ja im allerbesten Sinne eine einfache Hausfrau und Mutter. Waren Sie mal Artist früher oder Stuntman? Nee, Frau? Nein, ich war vom Beruf Altenfachbetreuerin. Gibt es alte Fächer? Nein, aber sehr viele alte Leute. Ach so, verstehe ich. Richtig. Ja, also, ihr Lieben, das ist wirklich unglaublich. Ich muss sagen, auf zwei Rädern in einer Schräglage hier die Balance halten. Ich habe das vorhin in einer Pause mal probiert, nur fünf Meter auf zwei Rädern in einer Schräglage geradeaus zu fahren. Und ich bin schon auf die Schnauze geflogen. Und das war nur ein Moped. Naja. Daran könnt ihr sehen, hier geht es wirklich um was. Es ist unglaublich. Bis gleich, Thomas. Olli, danke schön. Und meine Frage natürlich an den Fachmann. Erstens, kann man auch mit einem Formel-1-Wagen auf zwei Rädern fahren oder sind die so schmal, dass das gar nicht geht? Es ist sehr, sehr schwer. Sehr schwer. So, also, das ist Formel-1. Das ist eine österreichische Hausfrau in einem Serienauto. Ist es möglich, schafft sie es mit verbundenen Augen, nur auf Kommando ihres Mannes, Slalom zu fahren auf zwei Rädern. Kann ich ein bisschen drüber nachdenken? Vielleicht gibt es ein Problem, denn der Ehemann muss ja die Anweisungen geben und die glaubt ihm nicht, was ich gesagt habe. Das kann zur Scheidung führen, aber erst nach der Sendung. Aber ich glaube, sie schafft es. Sie packt es. Mika, der Fachmann glaubt an Sie und ich habe jetzt nur noch die Aufgabe, ihm zu sagen, was passiert, wenn es nicht gelingt. Dann nämlich, habe ich mir gedacht, man sieht immer diese schnellen Radwechsel bei der Formel-1. Das machen immer andere Leute für euch. Heute müsstest du einen Radwechsel machen, und zwar gegen einen Kandidaten aus dem Publikum. Den würde ich mir nachher raussuchen. Jemand, der schon mal Räder gewechselt hat. Du aber sagst, sie schafft es. Wenn sie es nicht schafft, werden Räder gewechselt. Ich gebe jetzt raus zu Olli, der hoffentlich soweit ist. Ja, Thomas, noch nicht ganz. Das Fahrzeug wird hier gerade noch auf Position gebracht, was mir die Gelegenheit gibt, Ihnen, liebe Zuschauer, zu erzählen, dass hier im Stadion natürlich noch sehr viel mehr früher passiert ist. Ich will das mal überbrücken. Vor zehn Jahren lief hier der ehemals gedopte, damals noch nicht gedopte, schnellste Mann der Welt, Ben Johnson, lief hier ein Fabel-Weltrekord über 200 Meter in 16,0 Sekunden. Das waren damals sogar noch vier Sekunden unter dem bestehenden Weltrekord. Und danach, im Ziel, lief er gleich weiter und lief noch vier rund 60 Ehrenrunden in einem durch. Und jede dieser Ehrenrunde unter 30 Sekunden. Und erst dann hatte er das kurz zuvor aus dem Linzer Zoo entlaufende Krokodil endgültig abgehängt. Ja, jetzt will ich mal schauen, ist das Fahrzeug soweit in Position? Dann gehe ich mal da hin. Mensch, Verona, wie geht's dir? Gut. Hast noch lange geschlafen heute Morgen? Sehr lange. Naja. So, jetzt Brille. Großartig. Wir werden das hier genau überprüfen. Hat sich angesaugt, die Brille. Ich mach mal so. Nee. Alles dicht. So, das ist das Zeichen, das Fenster hochzukurbeln. Johann ist auch in Position. Ich werde jetzt auf meinen Streitwagen gehen. Und werde auch, und dann möchte ich das Publikum hier auch herzlich bitten, wenn die Wette läuft, wirklich ruhig zu sein. Auch ich halte die Klappe, weil die Frau Redel natürlich die Kommentare und die Kommandos ihres Mannes verstehen muss. Und wenn wir jetzt irgendwie reden oder Blödsinn machen oder sonst irgendwie etwas, könnte es sein, dass sie in ihrer Konzentration gestört wird. Also absolute Funkstille. Ich steige jetzt mal hier zum Kameramann dazu. Hoppala. Also ich finde das unfassbar unglaublich. Halten Sie die Luft an zu Hause. Top. Die Wette gilt. Elisabeth, start. Etwas links, etwas links, Gas, 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 Leiter, Gas. Und geht die Oma aus, schnell aus. Etwas rechts, etwas rechts, etwas rechts. So, jetzt um die links rühren. Etwas links, etwas links, etwas links, etwas links, etwas links, etwas links, etwas links. Und Gas bleiben, am Gas bleiben. Etwas links, die Oma auf die links rühren. Etwas links, etwas links. Etwas links, etwas links, etwas links, etwas links. Die Oma auf die links rühren. Etwas links, etwas rechts, etwas rechts. So, etwas links, etwas links, etwas links, etwas links, etwas links, etwas links. Langsam,onsam, it was recht, it was recht ... So, it was links, it was links, it was links. Is it? Ehe das links 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 und Ehe das links 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 Ehe Geschafft, geschafft, ich glaube es nicht, das ist ja großartig, großartig, ist das nicht fantastisch, ich fass es nicht, also toll, Unglöscher, herzlichen Glückwunsch, also sowas, also ist ja nicht zu glauben, Also, dass es Hausfrauen gibt, die dafür sorgen, dass der Haussegen schief hängt, habe ich schon gehört, aber das Auto nicht zu fassen, unglaublich, was? Ja Thomas, mehr kann man eigentlich nicht sagen, wirklich ganz toll, große Klasse, ich kann Ihnen auch sagen, dass das in den Proben keinesfalls geklappt hat mit verbundenen Augen, wir haben das immer ohne Brille geprobt und Frau Redl konnte gucken und es war das erste Mal, dass es mit verbundenen Augen geklappt hat, jetzt, ist das nicht tierisch, unwahrscheinlich, also zurück zu euch. Toll, wir saßen hier alle so die ganze Zeit da, man wird ganz kreuz lahm, also großen Respekt, Mika, was sagst du als Fachmann? Als Fachmann, das war unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also ich würde allerdings nicht jedem empfehlen, das zu machen, das sollte man also nicht unbedingt nachvollziehen. Zwei Dinge möchte ich hier ausdrücklich sagen, lassen Sie sich nicht von Ihrem Mann eine schwarze Brille aufsetzen und ihn dann mit irgendwelchen Befehlen, sie durch den Straßenverkehr, es ist schön, wenn man seinem Mann blind vertraut, aber irgendwann ist Schluss. Und was die zwei Räder betrifft, schon überhaupt nicht. Großen Respekt, tolle Wette aus Österreich, Dankeschön, eindeutig gewonnen. Du hast gesagt, sie schafft es, sie hat es geschafft, du brauchst kein Reifen zu wechseln. Aber, aber, jetzt platzen hier die Reifen, wir haben nämlich einen Künstler bei uns, auf den sich vor allem die Mädels freuen werden. Ja, geht schon los, geht schon los. Es gab im letzten Jahr den großen Sommerhit. Sie erinnern sich? Un, dos, tres. Der hat schon wahnsinnig gerührt. Mit einem Schlag wurde dabei ein gebürtiger Portorikaner in ganz Europa und in der ganzen Welt berühmt. Spätestens nach seinem offiziellen Beitrag zur diesjährigen Fußball-WM in Frankreich mit The Cup of Love kennen ihn alle. Besonders natürlich die Mädels. Heute ist er hier mit seinem neuen, unwiderstehlichen Sambastampfer La Bomba. Hier ist Ricky Martin. Spätestens nach seinem offiziellen Beitrag zur nächsten Mal. Spätestens nach seinem offiziellen Beitrag zur nächsten Mal. Spätestens nach seinem offiziellen Beitrag zur nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yes! Jawohl! Wird die Wette gewonnen oder gibt es nur einen Toastpreis? Jetzt entscheidet es sich. Hier der letzte Toaster. Er muss erkannt werden. Und Konzentration bitte wieder. Achtung! Komm! Oh, Lash. Nochmal. Achtung und... Jetzt müsste der Petra kommen. Ja, der blaue. Kommst du mal an? Ja. Und Achtung! Ja, der Petra, TA55. Richtig! Ich bedanke mich bei euch, meine Herren. Das war spannend. In letzter Sekunde erkannt. Aber Wette eindeutig gewonnen. Uh, wer war's? Wer war der Kruppel hier, der... Der zwei Krupps nebeneinander ist auch ganz schwierig. Der 164er und der 115er haben relativ gleiche Auswurfgeräusche, ist ja bekannt in der Branche. Dankeschön bei euch, Wette gewonnen. Danke und bis gleich. Auf Wiedersehen. Okay. Okay. Danke. Danke. Danke schön. Ja. Da freust du dich, ja. Da freue ich mich. Das kommt davon, wenn man nicht Vertrauen in unsere jungen Leute hat. Du hast gesagt, die schaffen das nicht. Heiner, ich kann mich nicht darüber ärgern, muss ich ehrlich sagen. Also du in schwarz, vielleicht sind das für Hannelore... Wir beide in schwarz. Oder ich nur alleine. Du alleine? Du hast gesagt, die schaffen es nicht. Ja, siehste. Hannelore würde ja ausnehmen, wie Dunja Reiter, das wissen wir ja. Aber die Frage ist, was passiert mit Heino? Aber natürlich wollen wir den blonden Heino singen haben, denn es gibt, wie gesagt, Grund zu feiern. Kaum einer wie er hat so lange in der deutschen Showbranche ganz oben gestanden und hat ja alles gemacht. Also, es gibt was Neues erstens. Ja, ich habe eine neue CD gemacht, der Goldner Heino. Da gibt es auch eine Show in der ARD. ARD am 13. Dezember zu meinem Geburtstag. Geburtstagsshow. Okay. Das ist wirklich sein Geburtstag und das wird live sein und da hat er den Tatortstermin gekriegt. Ehrlich? Also das ist ganz toll. Und er wird wirklich 60, dass ich nicht älter gemacht habe. Ich schaue doch, den Kodigen gehalten habe. Gut, also es gibt natürlich was Aktuelles von Heino. Dann haben wir gesagt, es muss was Geschichtliches geben. Das erste Lied von Heino, eigentlich war es damals eine B-Seite, haben wir uns gewünscht in diesem Metly? Jenseits des Thales. Jenseits des Thales. Dann natürlich was für die Rapper, für die Heino Kids. Da gibt es den berühmten Enzian, die 90er Version. Wann war das genau? 88. 88 schon? 88, ja. Boah, die Zeit vergeht. Zehn Jahre. Und dann haben wir ein Anliegen. Wann habt ihr zum letzten Mal zu Hause gemeinsam gesungen? Das war doch wahrscheinlich Weihnachten. Wir haben heute die große, das ist ja keine Deutsche, weil Österreich ist dabei, Schweiz ist dabei, Holland schaut uns zu. Eine europäische Aktion, also das ist sozusagen das neue europäische, die neue europäische Gesangseinheit. Heino singt für Europa, das ist dann der Oino. Und in solchen, in einem solchen, da würde ich Sie gerne einladen mitzumachen. Wir haben den Text für Sie. Es handelt sich um ein wirklich klassisches Lied, das ist Nabucco. Das ist Nabucco, ja, ja. Verdi? Verdi, ja. Richtig. So, also. Das wird vorgetragen. Sie zu Hause singen mit. Bitte folgen Sie meiner Stabführung. Geht natürlich für euch auch im Saale. Aber erstmal zum Einsingen. Heino, wie ihr ihn kennen. Heino fasst 60 und singt wie neu. Die schönsten Jahre. Die besten Jahre sind, wenn man nichts wichtig nimmt, was mal so wichtig war. Die besten Jahre sind, wenn man den Sinn erkennt, von dem was richtig war. Die besten Jahre sind, solange die Richtung stimmt, noch nicht vorbei. Jenseits des Tales standen ihre Zelte. Zum roten Abend Himmelkoll der Raum. Das war ein Singen in dem ganzen Heren und ihre drei Top-Buben sangen auch. Au, au, au. Au, au, au. Ja, ja, so blau, 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 Glücenzia. Wenn beim Alpen glüht, wir uns wiedersehen. Ja, ja, so blau, 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 Glücenzia. Da bin ich nie vergessen. Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. Und wo du? Und wo die Sonne nicht ist, kann auch die Liebe nicht sein. Unsere Nacht kennt nur ewiges Schweigen, wo die Hoffnung nicht ist, bleibt die Verzweiflung allein. Traurig zieren die Stunden dahin, ach wie schön könnte das Leben doch sein. Nur die Liebe kennt Sonnenschein, teure Heimat, so fern und so wunderschön. Nur noch einmal im Leben möchte ich dich wiedersehen, es ist nichts auf der Welt wie die Heimat so schön. So schön. Oh! Heino! Ja, große Momente im Fernsehen, Fremde liegen sich in den Armen, Familien singen wieder, man macht die Türen auf in deutschen Reihenhäusern und hört sich gegenseitig zu. So muss es sein. Heino, aber das war es dann auch, was den blonden Heino betraf. Jetzt bitte ich dich. Du wirst mich jetzt schwarzmalen? Aber schwarzmalen, das ist sozusagen eine endgültige Nummer, du wirst nie mehr wieder blond sein wollen. Rechtsgilder macht auf blond und du bleibst so. Gut. Na klar. Heino. Aber jetzt, es warten Fachkräfte auf dich. Das mach ich, okay. Ja. Bin hier sehr gespannt. Er kommt auch mit schwarzem Handelohr. Aber die erkennt die Handelohr mich noch wieder, ne? Ich sag sofort, wer es ist. Gut. Gut. Und behalt die Brille auf, dann können wir es ja ablesen. So. Hannelore. Wir zwei allein. Eine Frage. Du hast niemals mit dem Heck geknutscht, oder? Dieter Thomas. Das ist doch auch ein toller. Ist auch ein flotter Sechziger. Warst du jemals in Verlegenheit? So. Nein? Ach, den mag ich sehr gerne. Dreimal geküsst. Nicht mehr wieder küssen. Nein? Was? Ich hab mir einfach gedacht, der müsste so einer sein. Der Heck. Dieter. Dieter. Aber wir beraten nichts. Otto. Hat es das bei dir schon mal gegeben? Große Chöre. Das ist schon unglaublich. Aber Heino, der wird ja auch 60. Das darf man vergessen. Ja. Also Heino, der wird 60. Glaub ja nicht, dass rächt sich. Glaub eher, dass gibt sich. Der wird ja auch noch 70. Ja! Hoffentlich! Hoffentlich! Immer ein Geburtstagsgewicht auf den Lippen. Moment! Hier lüften wir ein Geheimnis. Heino nimmt jeden Tag eine Wunderpille, habe ich gerade gehört. Natürlich. Wie sieht die aus? Du kommst auch langführend in die Jahre. Das solltest du auch nehmen. Ja, deswegen. Deine goldene Bille. Er hat ein goldenes Herz, goldenes Gemüt und dann nimmt er eine kleine goldene Bille. Geht ihr mit V an? Mr. Wangs Q10. Also mit B knapp daneben. Mr. Wangs, ja? Ja. Heino, also wenn Sie so aussehen wollen wie Heino, nehmen Sie Mr. Wangs. Sie können es auch lassen. So. Wenn man Sie so aussehen wollen wie Otto, was muss man essen, wenn man so aussehen will wie Otto? Das ist doch meine neue Frisur, meine arabische Frisur. Ach, sag mal, war da mal Haar dran? Trinko mitzuteilen. Jetzt. Mir wird ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Kann es passieren, dass dein Mann wieder rausgeholt und sagt, so gefällt er mir nicht oder gefällt er in jeder Lebenslage? Ich weiß nicht, früher, wo ich so in meinen jungen Jahren, da habe ich immer eigentlich im Märchen schwarz geschwärmt. Mhm. Und dann bin ich auf blond übergeschwenkt und seitdem bin ich blond treu geblieben. Siehst du, aber der Rückschwenk wäre heute möglich. Nein, 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 ich bleib schon bei blond. Gut. Also, wir sind gespannt, Heino in schwarz. Ja, so schnell kann das ja gar nicht gehen. Nein, nein, das wird richtig, also auch, das soll auch ein bisschen halten. H4H angemalt, oder? H4H und das kann dauern. Ja. Die Finnen, sagt man zu Unrecht, sind die alle blond oder gibt es drei bis vier schwarzhaarige Schweden, Norwegen, Dänen? Es ist in der Tat so, dass es viele blonde Menschen in Finnland gibt, ja. Also die meisten sind blond. Bei dir ist es Wurscht, du trägst ohnehin immer Helm, oder? Kennt deine Frau dich ganz selten? Bei mir ist es egal, stimmt, völlig Wurscht. Deine Frau aber ist nicht die blondeste aller Finnen, oder? Das ist die rühmliche Ausnahme. Ist ja eine schöne Brünette, erja. Oh, jetzt rennt die Kamera, dem ist noch schlecht vorher. Vom Tango. Aber, Gott sei Dank bleibt sie schwarz, während Heino gleich... Ja, da ist sie. Hast du lange gesucht? Es ist ja ein großes Glück, in Schweden ein Mädel zu finden mit dunklen Haaren. Absolut, ja. Ja, richtig, da habe ich lange gesucht. Und ich muss sagen, dass ich sehr glücklich bin mit meiner Wahl. So, also gleich wird es einen Neuzugang im Bereich dunkle Haare geben. Es ist soweit, meine Damen und Herren, the new Heino! Der neue Heino in schwarz. Jetzt bist du aber... Wow! So. Aber das wird hinbekommen, ne? Ausgezeichnet! Du siehst nur noch spanische Lieder? Otto, kannst du mich jetzt so gebrauchen in deiner Show? In meinem neuen Film The Man in Black. Ja! Klasse, Heino! Was sagst du? Jetzt gar nicht ungehindert irgendwo hingehen. Sieht toll aus. Ich weiß nicht. Ne? Ach, das Feuer glüht wieder und ihre Reiter, Bursche und Sangenau. Heino, toll. Ah, naja, ich weiß nicht. Genau. Du hattest mal so ein Lied, das heißt Schwarzikus. Ja, eben ja. Eine schwarze Cousin kannst du sagen. Ja, eben ja. Ja. Schwarzfrauen isst jetzt Heinos Nuss. Kann man da rein. Also wenn du so auf die Tonne gehst, dann kann dich keiner kennen. Also Heino, du gewöhnst dich jetzt langsam an meine neue Frisur. Wir haben vorher große Musik zum Mitsingen gemacht. Jetzt werden sie Schwierigkeiten haben mit zu singen, denn das ist völlig in den Händen der Philharmoniker. Ja, sie gewöhnt sich langsam an ihn. Nein. Gewöhnlich. Wir spielen große Musik zu einem großen Vorgang. Zum ersten Mal hört Heino mit schwarzen Haaren zu. Stellen Sie sich vor, die größten Rockhits aller Zeiten kombiniert mit einem der weltbesten Orchester und den Rockgrößen, die echte Geschichte geschrieben haben. Und jeder dieser Größen darf endlich mal ein Lied vortragen, das nicht unbedingt von ihm selbst stammt, aber trotzdem zu seinem Lieblingssongs gehört. Eine anspruchsvolle Unterlage eingespielt, nämlich musikalisch vom Royal Philharmonic Orchestra. Die sorgen sozusagen für den Hintergrund. Aber bei uns war kein Platz mehr für diesen Hintergrund. Deswegen haben wir das Philharmonische Orchester sozusagen ausquartiert. Die spielen jetzt in diesem Moment in dem Landesstudio des ORF. Während hier unsere Solisten auftreten. Wir bauen das für Sie zusammen. Sie zu Hause haben das Gesamterlebnis. Wir müssen aufs Orchester verzichten. Das wird sozusagen eingeblendet. Es spielt im gleichen Moment, wo unsere Herrschaften hier singen. Die Herren sind in der Reihenfolge ihres Auftretens die Stimme von Mike & Mechanics. Paul Carrack mit No Face, No Name, No Number. Dann der Pop-King, Sie erinnern sich, Mark Almond. Er sieht einen Stones-Titel heute, Painted Black. Und der Welthit von Mike Bett, auch von diesem gesungenen Bright Eyes. Begleitet von einem Symphonieorchester. Speziell für Sie heute hier im ZDF die Premiere von Philharmonia. Was wünscht Ihnen Früchtetraum von Ehrmann? Früchtetraum von Ehrmann. Betten das, heute live aus Linz in Oberösterreich, präsentiert unter vielen, Simply Red, Madonna, Ricky Martin. Ehrmann. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I'm painted black Is it a kind of dream Floating out on the tide Following the river of death downstream Oh is it a dream There's a fog along the horizon A strange glow in the sky And nobody seems to know where you go What does it mean Oh is it a dream Oh is it a dream Bright eyes Burning like fire Bright eyes How can we close and fail How can the light that burns so brightly Suddenly burn so brightly Bright eyes Bright eyes Bright eyes Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, yes, special sign for La Mania. Gentlemen, great pleasure, thank you very much. Applaus Danke. Ja, die Fans haben schon gedacht, oh Junge, nicht, dass uns der Mann verloren geht. Er war ein paar Jahre in Amerika, aber da ist er wieder bereit zu neuen Taten. Es gibt ein neues Album. Er hat viel vor. Was wird uns gleich erzählen? Howie ist zurück. Hello again, Howard Carpendale. Applaus Ja, richtig bunte Reihe. Hallo. Hallo. Die Namen. Ja. So. Na du. Hallo, bitteschön. Darin. Ja, du warst ja in der Tat ein bisschen weg und hab mir da so ein bisschen Herzklopfen. Oh, haben mich meine Fans vergessen? Hat sich in Deutschland was verändert? Der Geschmack? Meine Fans haben sich irgendjemand anderem zugewandt? Du, es war eine lange Zeit, ja, aber eigentlich eine sehr schöne Zeit, nur irgendwann hab ich gedacht, jetzt muss ich mal zurück nach Deutschland und wieder arbeiten. Und siehe da ist es unverständlich für mich, aber wir haben die Vorverkauf für meine Tourneen vor zwei Wochen eröffnet und schon acht Zusatzkonzerte jetzt schon angewandt. Hey, freu mich sehr. Also, die Fans haben auf dich gewartet, Howard. Gibt es eine musikalische Änderung, sagst du, das ist neu, das hab ich dazugelernt? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war nicht sicher, ob überhaupt eine kommt und deswegen hab ich noch kein Programm zusammengestellt, aber das werden wir jetzt tun. Ich weiß nicht, ich sag's dir beim nächsten Wetten, das. Also, als Showmaster kann man in Amerika nix lernen, aber als Sänger gibt's da irgendwas, wo man sagt, das machen die Brüder da anders, in der Performance irgendwo? Ja, sicher, ja, da gibt's so eine Menge Sachen an Timing und die Art, wie die Shows präsentieren, schon. Also, gerade in Vegas für die Art Show, die ich mache, ist sowas schon sehr wichtig. Mhm, mhm. Guck mal, Verona schwätzt mit Otto. Nicht schwätzen. Er war's. Ja, ja, ja. Dabei, ich meine, er ist ja auch einer von den blonden Jungs mit blauen Augen. Hat er nicht ein bisschen was von Dieter? Also, jetzt hat er so laut gelacht, ich weiß nicht, ob er es als Kompliment aufhört. Aber ich glaube, ein bisschen Ähnlichkeit ist da, obwohl sie schon auch irgendwo verschieden aussehen. Aber doch so ein bisschen, oder? Ist schon, äh, ist schon ein guter Freund von mir und bei mir brauchst du nicht kochen. Aha. Das ist ein Deal. Ja. Dein neues Album heißt Lust auf mehr. Man weiß, du spielst viel Golf, man weiß, du bist ein guter Sportler, aber die Performance brauchst du. Ja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen vermisst. Ich brauche einfach dieses Gefühl, mal wieder auf eine Bühne zu stehen. Wir haben sehr, sehr viel vor im Moment. Also, der Kopf ist voller Arbeit, die Golfschläge sind jetzt in der Garage weggestellt und jetzt gibt es ein halbes Jahr nur, nur Arbeit. Ich freue mich sehr. Golf war ja schon eine der ruhigeren Sportarten, die du betrieben hast. Du bist mal Formel 3 gefahren, also auch Autorennen. Hast du die Formel 1 irgendwann mal in deinen Jugendträumen im Hinterkopf gehabt? Nein, nein, da habe ich größeres Respekt vor. Ich bin Formel 3 gefahren bei einer deutschen Meisterschaft vor 20, 25 Jahren und da habe ich die meisten Autos von hinten kennengelernt. Also, die sind schon vorbei, aber es war eine schöne Zeit. Ich bin vier Wochen lang alleine trainiert und ich wusste effektiv danach nichts mit mir anzufangen, weil da hat man so eine High dabei. Das ist unvorstellbar. Also, das sind Türen, die wir als normale Autofahrer gar nicht öffnen. Und jetzt aber jetzt auch eine Actionwette. Du wirst sehen, Howie, das wird dir gefallen. Ich stelle dir einen jungen Mann aus Österreich vor. Hermann Walzenberger aus Grieskirchen in Oberösterreich ist Seilspringer. Er wettet, dass es seinem Vereinsmitglied Thomas Bachner gelingt, mit einem Doppeldurchzug seines Springseils bei 25 seiner Kollegen, deren Zigarren die Spitzen abzuschlagen. Also, was wir noch Seilspringer nannten, also dieses einmal so drüber, geht bei den Jungs heute zweimal. Das heißt auch nicht mehr Seilspringen, sondern Rope Skipping. Und Sie müssen sich also vorstellen, immer zweimal und dann Zigarrenspitze weg. 25 Mal. Es ist schwierig, wenn man es so vormacht, aber es ist ganz einfach, wenn du die Herrschaften kennenlernst. Hier ist Hermann Walzenberger, Thomas Bachner und 25 mutige Herrschaften. Grüß dich, grüß dich, Thomas. So, also, ich habe immer hartnäckig Seilspringen gesagt, du hast immer hartnäckig Rope Skipping gesagt. Das ist so schwer, das Seilspringen geht mir einfach leid. Also, wir haben das ja so damals auf dem Hinterhof in der schlechten Zeit immer so dieses, oh je, so schlecht war die Zeit auch nicht, Moment. Also, eins, so immer so ein bisschen so dieses, naja, also, so, bei dir sieht das ganz anders aus. Also, mach mal diesen doppelten Durchpfiff da, okay? Vorsicht, dass mir nichts passiert. So, also, lass so mäßig und mit dieser Peitsche haust du den nachher, wenn wir gleich vorstellen, die Zigarre aus, zumindest ein Teil aus der Nase kurz vorbei. Das wäre wichtig, ja nicht, dass ihr nachher die Zigarre noch im Mund habt und die Nase ab ist. Das wäre nicht der Sinn der Sache. Nun machst du ja nicht dauernd Seilspringerei, was machst du wirklich? Ich gehe zur Arbeit, ich bin in der EDV-Branche tätig, in Wels. Also, eher ein Sitzjob? Nicht unbedingt. Nein, bist du auch zu Fuß unterwegs, aber warum machst du das? Ist das, für die Boxer ist das ja ein Konditionstraining, ist das für dich eine eigene Sportart oder trainierst du damit schon andere Sportart? Das ist mein Hobby. Seilspringen dein Hobby? Dreimal in der Woche trainiere ich es und wir werden natürlich immer besser und haben auch einige Auftritte. Und wie kamst du auf die Idee mit der Wette? Hast du mir die Bilder von der Wand geholt oder wie ging das? Das war vor circa fünf Monaten haben wir einen Auftritt gehabt und der Herrmann, so wie er hier steht, hat gemeint, er muss zehn Minuten vor dem Auftritt noch eine Zigarette rauchen. Und dann? Ich habe sie ihm aus dem Mund geschlagen mit einem Durchzug und er hat gemeint, wenn wir es mit zwei Durchzügen schaffen, dann wird er die Wette zu werden, das entschuldigt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte ja auch mit einem Durchzug genommen, aber zwei sind wir lieber. Gute Idee und jetzt die mutigen Herrschaften. Wir haben natürlich alle Sicherheiten eingebaut. Seid bitte so lieb und setzt jetzt die Schutzhelme auf. Hast du ein bisschen Angst, oder? Nein, nichts. Nein. Hattet ihr schon einmal? Du hast da auch ein ziemliches... Jetzt suche ich mal einen mit einer größeren Gurke hier, warte mal. Die haben alle mehr so Stupsnäschen da. Die waren wahrscheinlich vorher alle länger, als ich angefangen habe. Nein, du musst gerne nur werden. Ich schüttel, ich schüttel aber nichts mehr. So, also, Sie sehen, wir haben das alles so ein bisschen hier, so ein bisschen hier geschützt. Die Zigarillos werden natürlich nicht angezündet, wir wollen nichts zum Rauchen auffordern. Und das, Howard, sieht gefährlich aus. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass einer mit einem Sprungseil jetzt von jeder Zigarre ein Stückchen abschlägt? Ohne, dass denen was passiert, aber die Zigarre muss im Mund bleiben. Es darf hinterher von 25 Zigarren keine mehr heile sein. Nur ein Stück ab. Ein Stück ab. Also, bei Lewinsky wäre das schwer. Richtig, aber die hat es ja auch nicht im Munde getragen. Also, weiter. Ja, das mag ich ja schon. Verona, weiß was? Ich würde fragen, dürfen die die auch durchbeißen? Das dürfen Sie, würden Sie aber nie tun. Deswegen haben die aber so weiße Spitzelchen und die kann man ganz schwer durchbeißen. Also, da kann nicht gemogelt werden. Wir werden nachher eine Zeitlupenfassung zeigen. Und deswegen ist Betrug unmöglich. Howard. Auch in dieser Sendung? Er schafft das. Du sagst, er schafft es. Es ist schwierig. Howard, hier mein Wettangebot für dich. Du hast ein wunderschönes Lied gesungen. Tür an Tür mit Alice. Dann ist diesem Lied Unrecht geschehen. Verschiedene dunkle Elemente haben sich dieses Liedes bemächtigt und haben allen möglichen Mist draus gemacht. Sie haben nämlich gefragt, wer ist eigentlich diese Alice? Unter diesen Gangstern war auch Otto, der wiederum gefragt hat, wer eigentlich ist Otto. Du hast dich an diesem Unfug nie beteiligt, weil du gesagt hast, ich singe dieses Lied schöner. Heute wird es ein Schicksalsduo geben. Otto singt seine Fassung von Alice und du singst deine gemeinsam. Mal sehen, wer lauter ist. Da warte ich schon Jahre drauf. Da warte er drauf. Heute muss er ran. Wenn er seine Wette verliert, er sagt mutig, du schaffst es. Thomas, du bist gut drauf? Gut. Dann, ihr seid ausgerichtet. Ja, ich kann das Kommando geben. Ich sage, top, die Wette gilt. Das ging, Moment, Moment, das ging mir zu schnell, das ging mir zu schnell und einige Notare in deutschen Wohnzimmern werden sagen, Moment, wir wollen das genau wissen. Thomas, schau dir bitte mit mir gemeinsam die Zeitlupe an. Wir werden gemeinsam feststellen, ob wirklich die Spitzel weg sind. Die Damen zucken kaum. Da ist aber nur der vierte übrig geblieben. Auch eindeutig nochmal nachgezogen, du. Weg. Drei. Vier. Auch weg. Eindeutig vorne Spitze weg. Nicht viel, aber reicht auch abgehauen. Mal nachgezogen. So, auch weg. Ja, oh, da blieb gar nichts. Da hättest du eigentlich eine gut gehabt. So, auch fast kein Rest. Den hat er, oh, den hat er fast mit rasiert. So. Oh, da sehen Sie, wenn man schon raucht, dann Filter ist auf jeden Fall besser. Oh. Sie halten aber wirklich still. Also Respekt, Kollegen. Da hat keiner gezuckt, wieder nach vorne, nach hinten. Und weißt du, wer der letzte? Oh, da war auch nichts mehr zu. Und kommt der letzte jetzt? Vorletzte? Oh, da hat er aber Maß genommen. Und der letzte. Schau mal, wie er noch federt dabei. Und, yes. Ihr habt gesehen, wie es wegfliegt. Wette eindeutig gewonnen. Thomas, Respekt. Hier. Nochmal eine Großaufnahme. Also, da ging nichts mehr dazwischen. Wette gewonnen. Thomas, Respekt. Tolle Wette aus Österreich. Dankeschön. Aui. Du hast gesagt, er packt es. Er hat es gepackt. Ja, gut. Dein Lied bleibt, wie es war. Otto kommt nicht zum Zuge. Wir werden nie erfahren, wer war Alice wirklich. Ach, guck mal, Verona. Was will er trösten? Na ja, du, so eine Tröstung hat er nicht verdient. So schlimm war das auch nicht mit dem Ärger. Er war bei mir im Konzert und hat es mitgesungen. Ganz, ganz kurz. Ja. War einer von euch schon mal in... Aha, die marschieren aus, die mutigen Männer. War einer von euch schon mal gegenseitig im Konzert? Warst du schon mal bei Otto in einem Konzert? Ich war bei Otto in Frankfurt und du warst in Münster. Münster. Ja, ja. Und heute sind wir alle bei dir zu Gast. Haui, ein Lied aus deiner neuen Platte natürlich. Ja, gerne. Sei so nett. Und, äh... Gehen uns was vor. So. Mika, Haui ist einer unserer großen deutschen Slagerstars. Gibt es finnische Slagerstars? Gibt es eine finnische Hitparade? Gibt es da Künstler, die in Finnisch für das finnische Publikum singen? There is some. Ja, natürlich gibt es die, klar. Kann man in Finnisch singen? Die Sprache ist in der Tat etwas kompliziert. Ich habe es selber noch nicht so geübt. Es gibt immer wieder so Randzuschauer. Viele haben Satelliten. Einmal einen finnischen Gruß an unsere finnischen Zuschauer. Bitte, Mika. Von dir. Kalki sehle, jota an Suomalasia, ni man todella ilonesi tettoletära. Ja, geht das. Guck mal, der Finne, der Hausfinne hat sich gefreut. Ja, freilich. Ich habe gerade mit meinen Kollegen gesprochen, dass wir die Gage, die wir heute Abend verdienen, und die ganzen Spesen und so zusammenlegen und diesen fünfstelligen Betrag den Flutopfern von Nicaragua spenden wollen. Ja. Hey. Natürlich. Ich wüsste mich. Eine schöne Geste, da mache ich mit. Keine Frage. Herr Häckinen guckt mich jetzt so an, als er wolle sagen, ein Glück, dass ich kein Deutsch verstehe. No, no. Häckinen, den Euroschäckinen nach Nicaragua. Okay? Aha, okay. Gut. Otto kassiert. Das ist crazy. Howie sagen wir später. Der singt jetzt. Howie wird später eingeweiht. So. Man kann gar nicht alle seine Hits aufzählen. Das würde noch länger dauern, als ich Zeit habe. Er ist, haben wir schon gehört, erfolgreicher Golfer, Tennisspieler. Aber natürlich sehen wir ihn am liebsten als Sänger. Er hat eine neue CD. Lust auf mehr. Wir haben Lust auf ihn. Howard Carpendale mit Mit dir verschwende ich meine Zeit. Es ging mir gut, ich lebte allein. Da zog mit dir bei mir das Chaos ein. Schon nach dem Tag sah es bei mir so aus, als hätte dir wochenlang der Teufel gehaust. Du spielst klar dir auf meinen Nerven und machst mein Leben unbequem. Ich muss dich verlassen, muss mich von dir erholen, doch da ist nur so ein Problem. Mit dir verschwende ich meine Zeit am liebsten. Es gibt doch für mich nichts Besseres als dich, denn ich lieb dich nun mal. Ich hab keine Wahn. An dich beschleuner ich mein Herz am liebsten. Egal wie du bist und wie dumm es auch ist, ich bin dir völlig verfallen. Mein Leben war bis hier ganz okay. Zwar nicht viel los, doch das ist passé. Seit es dich gibt, gibt's nicht einen Tag, an dem ich einmal Zeit für mich selber hab. Ich hatte mal ein paar gute Freunde, die lassen sich längst nicht mehr sehen. Ich sollte mich entscheiden für meine Vernunft, doch da ist nur so ein Problem. Mit dir verschwende ich meine Zeit am liebsten. Es gibt doch für mich nichts Besseres als dich, denn ich lieb dich nun mal. Ich hab keine Wahn. An dich beschleuner ich mein Herz am liebsten. Egal wie du bist und wie dumm es auch ist, ich bin dir völlig verfallen. Hab mich oft gefragt, warum hau ich nicht ab? Doch dich verlassen ist nicht leicht. Denn auch wenn du mein Leben durcheinander bringst, mach weiter so, auch wenn's mein Kopf nicht begreift. Mit dir verschwende ich meine Zeit am liebsten. Es gibt doch für mich nichts Besseres als dich, denn ich lieb dich nun mal. Ich hab keine Wahn. An dich beschleuner ich mein Herz am liebsten. Oh, am liebsten, egal wie du bist. Egal wie du bist. Mit dir verschwende ich meine Zeit. Haui. Bitteschön. So, unsere Bank ist gleich komplett. Auf einen Gast warten wir noch. Ich glaube, wir haben für jeden was tun können heute. Ein Stichwort fehlt uns vielleicht noch. Und das ist Hollywood. Und sie ist eine der ganz großen Frauen da. Nicht nur im Filmbereich, auch musikalisch. Seit Jahren spitze. Sie war schon mal bei uns. Ich freu mich wahnsinnig, Sie wiederzusehen. Herzlich willkommen, Bette Midler. So, die Herren stehen auf. Good evening. Bitteschön. Thank you very much. So, Haui, ich werbe mich gleich dazwischen, da kenne ich keine Gnade. Ah, hier ist die deutsche Übersetzung. So. All right. Ein bisschen näher, das Kabel ist etwas kurz. Aber, ja. Das ist wirklich die Couch mit den meisten Leuten drauf, die ich je gesehen habe. Aber jetzt habe ich nur Zeit für dich. Schau ich also entspannt aus. Macht dir sowas Spaß? Es gibt viele Schauspieler, die können Drehbücher auswendig lernen. Die haben kein Problem mit den allergefährlichsten oder den allerschwierigsten Szenen. Aber Auftritte in Shows hassen sie. Ja, hasse ich. Hasse ich auch. Furchtbar. Aber diese Show ist schön, gefällt mir. Das ist die längste Show, bei der jeder dabei war. Diese Show, dauert es Tage lang? Ist das eine Show für mehr oder mehr Tage? Wir enden mit einem, nein, ein gemeinsames Sonntagsfrühstück ist der große Höhepunkt der Sendung. Ja, ich bin seit Donnerstag schon hier. Richtig? Und wir haben keine Werbepausen. Schon mal aufgefallen? Ja, das ist mir aufgefallen. Absolut. Ist das in der Regierung vielleicht gemacht, diese Show hier? Zu Vergnügen ist das. Das ist ja keine Behördenveranstaltung. Macht uns Spaß. Ich weiß nicht, dass es Spaß sein soll. Aber wo sind die Werbesendungen? Brauchen wir nicht. Ich sollte vielleicht sagen, eins, zwei, drei, vier, wie viele Gäste haben Sie überhaupt? 400 Leute oder so was. Das ist die größte Produktion, wo ich hier dabei war. Wirklich. Und ich kenne jeden Gast persönlich. Das soll noch mal einer nachmachen. You do? Ja. Wirklich? I believe it. Ja, ich glaube es. I love your hair. Ja, die Haare, die gefallen mir ganz gut. Toll. You're welcome. Beth, ich habe gerade, als ich dich angesagt habe, gesagt, du bist eine der ganz seltenen Doppelbegabungen, denn viele Schauspieler, die zwischendurch singen, da denkt man, na ja, das ist ein Ausflug. Viele Sänger, die zwischendurch schauspielern, sagt man, na ja, man merkt's. Wenn du singst, dann singst du wie ein Profi und man denkt, du machst nie was anderes. Wenn du spielst, sagt man, eine begnadete Schauspielerin. Thank you. Vielen Dank. Bitte. Danke. Danke. No, I mean, danke. Danke. Danke and Ditto, all at the same time. Don't forget my dancing. Ja, das Tanzen dürfen wir nicht vergessen. Siehste, da... Oh yes, I dance too. Ich habe auch getanzt ab und zu. Da kann ich nicht mitreden. Aber The Rose ist einer meiner wirklich absoluten Lieblingstitel und ich habe dich geliebt in diesem Film. Bei uns hieß er die Teufelinnen, glaube ich. Wie hieß er? The Third Wives Club. Das war ein toller Film. Hast du von vielen Frauen, die dieses Problem haben, dass Ihnen der Alte weggelaufen ist und Sie solidarisieren sich mit anderen? Hast du da Dankesbriefe bekommen? Ja, natürlich. Wir haben Briefe von Frauen bekommen, von Männern, von E-Männern und wir waren im Internet. Die Leute waren sehr ärgerlich. Sie haben uns im Internet zugeschrieben, alle möglichen Chatrooms gab es und sie haben gesagt, vollkommener Unsinn. Und dass die Männer wirklich schlecht weggekommen sind. Die Frauen, die waren total verrückt. Also ich will gar nicht sagen, was da alles kam an Kommentaren. Und es hat ziemlich viele Kontroversen verursacht. Ich war sehr überrascht, weil es eigentlich nur eine Komödie war. Gibt es etwas Neues auf dem Filmsektor? Ich habe gerade erst einen Film fertig gemacht mit Mr. Lane. Nein, Mr. Lane, Isn't She Great ist der Titel. Und es geht um Jacqueline Susanne. Sie hat Pulp Fiction, also ziemlich einen Schund geschrieben in den 60er Jahren. Und sie ist ziemlich interessant. Der Film ist gerade fertig geworden. Nächstes Jahr kommt er raus. Aber jetzt bist du mit der Musik da. Wir hören gleich was von dir. Gibt es auch ein neues Album? Ja, ja, ich bin da. Und? Brand new CD. Ja, eine ganz neue CD. Wie heißt sie? It's called Bathhouse Betty. Bathhouse Betty ist der Titel. Bathhouse Betty. Not Bathhouse Batty. Bathhouse Betty. Bathhouse Betty. Also eine Badewanne Bettina. Exactly. Ganz genau. Ich habe einen schönen Satz von dir gelesen, der hätte auch von meiner Frau kommen können. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. 20 Millionen Dollar und einen witzigen, intelligenten Mann, der gut im Bett ist. Und was ist denn 20 Millionen Dollar? Wer hat gesagt 20 Millionen Dollar? Das habe ich gelesen. It's a lie. It's a lie. Eine Lüge. Eine Lüge. 40 Millionen Dollars. At least. Mindestens. Ja, mindestens. 100 Millionen Dollar. 100 Millionen Dollar. Aber der Rest stimmt. Hauptsache Intelligenz. Alles andere ist ohnehin egal. Der Rest stimmt, ja. Es wird immer wieder gefragt, wann kommt das große Duett zwischen dir und Barbara Streisand? Ist da was in der Mache? Ich glaube nicht. Sie hat mich nie eingeladen. Guck mal, sie hat Angst. Mich hat sie nie eingeladen. Nein, nein, nein. Sie hat keine Angst. Sie ist eine wunderbare Sängerin. Sie hat mich einfach nie dazu eingeladen. Sie hat sich überlegt, dass wir etwas machen, etwas mit ein paar anderen Mädchen. Oh ja. Zum Beispiel die drei Tenörinnen, wie auch immer. Diese Idee hatte sie, aber ich glaube nicht, dass es ganz funktioniert hat. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Das stimmt. 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 Ja, das muss ich erst noch sehen. Also, dann wünsche ich dem Mann auch, dass er gewinnt. Jetzt haben wir nicht nur, nicht nur ein Vergleich, was Menschen in einer Zwischenzeit lernen können, sondern auch, wie sich ein junger Mann verändern kann. Also, damals war er, glaube ich, zwölf, jetzt ist er sechzehn. Hier ist Kendalke. Grüß dich. Grüß dich. Ein riesen Kerl bist du geworden. Ich bin stolz auf dich. So. Wie viele Zentimeter bist du seit dem letzten Mal gewachsen? Weißt du das ungefähr? Ich bin hier. Keine Ahnung. Also, guck mal, wenn wir erst mal einblenden, wie wir damals nebeneinander standen. Da hat ein schönes Stück gefehlt. Na, guck mal, wenn ich so meine Haare sind gewachsen, aber sonst nix. So. Gut. Also. Und du hast viel trainiert in der Zwischenzeit? Ja. Vier Jahre. Vier Jahre. Papa ist auch noch dabei. Coacht er dich immer ein bisschen? Ist er dein Trainer? Ja, wie immer. Hallo. Guten Abend, Herr Dahlke. Herzlich willkommen. So. Sie glauben natürlich auch an ihn. Ist das eine Frage von Konzentration? Ist das eine Frage von Fingerspitzengefühl, von Training? Wie kann sowas funktionieren? Alles zusammen. Alles zusammen? Alles ist wichtig. Aber du musst eine unglaublich innere Ruhe haben. Hektik hat bei dem Sport nichts verloren. Man muss sich halt sehr entspannen dabei. Aber wie alle unsere Gäste machst du das nicht profimäßig? Nur Hobby. Hobbymäßig. Genau. Was machst du normalerweise? Schule. Normale Schule und Schule. Immer noch in der Schule? Ja. Gibt es einen Berufswunsch schon? Nicht direkt. Nicht direkt. Aber kein Profispieler? Vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal, das wäre heute ein entscheidender Schritt in Richtung Profitum. Es ist der Weltrekord. Das hat noch keiner geschafft. Keiner von den älteren Kollegen. Beobachtet man sich so ein bisschen so in der Branche. Gibt es Billiardspieler, die sagen, oh da kommt einer aus Österreich? Gibt es da eine Konkurrenz, die sowas anguckt und ne? Auf der ganzen Welt noch nicht damals. Auf der ganzen Welt hat noch niemand diesen Versuch gewagt. 18 rote Kugeln müssen ins Loch vor der Weißen. Ich glaube, weil wir gerade bei einer Sportwette sind, einige werden jetzt wieder nervös, weil sie sagen, schön was er da macht, der Gottschalk, aber das Sportstudio. Keine Angst, die Kollegen vom Sportstudio warten. Ich grüße Michael Steinbrecher. Michael, du siehst, das ist auch Reklame für den Sport. Ich störe im Moment noch nicht, weil der Ken erstmal wie üblich mit seiner weißen Kugel ein bisschen jetzt die Richtung einpeilt. Ich darf auch hier die Kollegen von der fotografierenden Sumpf bitten, keine Blitzlichter. Auch im Publikum bitte auf keinen Fall blitzen. Darum hat Ken extra gebeten, das stört wahnsinnig. Und dann ist er für ein paar Minuten einfach, was die Augen betrifft, nicht mehr in der Lage hier präzise zu spielen. So. Okay. Ich sage, jetzt bist du soweit, was das Training betrifft. Top. Die Wette gilt. Er hat drei Versuche und die weiße Kugel kann er starten so oft er will, weil einfach da die Laufrichtung entscheidend ist. Sobald eine rote Kugel gestoßen wird, zählen wir. Nein, das war es nicht. Wir spielen kein Tennis. Okay. Wir brauchen ein paar Kugel. Wir brauchen ein paar Kugel. So, jetzt. Alles auf eine Karte. Also noch zwei höre ich gerade hier aus der. Zwei Versuche hast du noch. Keine Panik. Zwei sind liegen geblieben. Applaus 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 Die weiße Kugel jetzt noch dreimal. Ah, es ist... Woran liegt so was? Ist das Nervosität oder ist das... Na, es liegt hauptsächlich am D-Shock. Der ist nicht so ganz perfekt, wie ich es gewohnt bin. Ei, ei, ei. Also, ich mache dir ein Angebot. Wann immer du glaubst, jetzt kannst du es, kommst du wieder. Okay? Okay. Also, das ist... Es wird weiter trainiert. Und wenn du sagst, jetzt geht es. Heute hat es nicht sein sollen. Was denn? Du warst so nah dran, dass jeder weiß, du hättest es schaffen können. In Ehre, die Wette verloren. Und jetzt hören wir uns gemeinsam, die Frau, an die er nicht geglaubt hat, Bette Midler. Vor 25 Jahren ist ihr erstes Top Ten Album in Amerika erschienen. Wie die meisten ihrer amerikanischen Kollegen kann sie alles, aber sie kann es besser. Singen, tanzen, Schauspielerin. Am Montag erscheint ihr neues Album. Bad House Betty. Also, ab Montag gibt's es. Heute gibt's es schon bei uns. Noch nie hat sie im europäischen Fernsehen gesungen. Heute als Europapremiere live. Bette Midler, that's how love moves. Bette Midler, das ist schon bei uns. Äh, 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 äh... He uncovered it so easily He turned me like a season And I began to change He wrapped himself all around me Now I'll never be the same That's how love works That's how love moves Like a river running through you But sometimes it lifts you as high as heaven It consumes you That's a given That's how love moves Oh, that's how love moves I've seen walls that could never be broke Come a-tumbling down Oh, yes, I can I've heard the voice of love falling Without making a sound See, I was touched by an angel The day he took my hand I know that he's the miracle That makes me everything I am That's how love works That's how love moves Like a river running through you Sometimes it lifts you as high as heaven It consumes you Or has to give back That's how love moves Oh, 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 oh That's how love moves Oh, 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 oh Sometimes it's a whisper Oh, sometimes it's a storm Sometimes it reaches forever With its everlasting arms That's how love moves That's how love moves Like a river running through you Sometimes it lifts you High as heaven Yeah, that's a given That's how love works That's how love moves Like a river running through you Sometimes it lifts you As high as heaven Yeah, that's a given That's how love moves That's how love moves That's how love moves That's how love moves That's how, that's how, that's how That's how love moves That's how love moves That's how love moves Wunderful, that´s how love moves, Bette Miller, Wunderful, congratulations, thank you so much Tut mir leid, unser Billard Junge ist völlig verzweifelt, er hat verloren Der poor fellow who lost the bet, das Lied war wunderbar, der Junge ist verzweifelt, er hätte so gerne für dich den Weltrekord aufgestellt, es hat nicht funktioniert Das hat mir wirklich leid getan, aber ich komme zurück und er kommt auch zurück Allerdings hast du deine Wette verloren, du hast gesagt, er schafft es, er hat es nicht geschafft Wir sind auch schon kurz vor Schluss Obwohl er verloren hat, ich glaube, den Hula muss ich jetzt dir beibringen So, show me the Hula Ach, hab ich wieder durcheinander gebracht, tut mir leid Also den langen oder kurzen Hula Okay, get on this side Okay Also hier rüber All right No, wait, 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 wait Nein, warten, warten Erstmal müssen wir die Schritte lernen Okay Step, touch 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 Also die Beine am Boden behalten, die Füße am Boden, einfach nur das eine Bein bewegen. Achso, okay. Nicht so, wie so. Das ist ein German ruler. Keep your tummy in. Das geht nicht, der ist drin. Okay, good, now the last one is this. Also so geht's dann weiter, das ist der Schluss. Oh wey, ihr macht mit da hinten. Excellent, perfect. Ausgezeichnet, perfekt. Also jetzt die Musik. And here we go. Step. Okay, give you another step now. Now around the island. Around the island. Shilie. So, und jetzt kommen wir zügig zum Schluss. Versprechend, zehn Minuten sind Sie im Bett, aber vorher noch, Wettaufruf. Bitte, Herrschaften, wenn Sie sagen, ich kann es mit 20 Kugeln oder wenn Sie sagen, ich kann es mit einem Springseil und mit Opas Schnurrbart, bitteschön, hier sind die Adressen für neue Wettvorschläge. Das wäre, wenn Sie an das ZDF schreiben wollen, die Adresse, ZDF Wettendass 55111 Mainz. Wenn Sie ORF bevorzugen, ORF-Zentrum Wettendass 1136 Wien oder SFDAS Wettendass Postfach 8052 Zürich und natürlich die Online-Fans www.zdf.de. So, Sie wissen, es gibt bei uns inzwischen wieder ein Online-Spiel. Wir haben letztes Mal ein Spiel vorgestellt. Wir haben versprochen, der Gewinner ist heute hier. Viele tausend User, heißen die ja, haben mitgemacht. Silvia Rabe aus Essen ist mit ihrem Sohn zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Silvia. Wo bist du? Jawohl, herzlich willkommen. Da ist sie. Wenn Sie beim nächsten Mal dabei sein wollen, dann haben Sie natürlich wieder die Chance. Wir werden Sie einladen in unser großes Finale im März nach Saarbrücken. So, also, das ist die Tabelle der Gewinner, damit Sie sehen, wo Sie liegen. Oder haben wir die gerade schon gezeigt? Okay, hat sie erledigt. Also, natürlich kriegen wir nach wie vor tolle Vorschläge von Ihnen. So, meistens sind es ja Videos, suchen wir die Wetten aus. Hier, Karl-Heinz Brinkmann aus Gelnhausen, seinen Wettvorschlag. Liebes ZDF, ich wette, dass ich es schaffe, vier Stunden lang in Ihrer Sendung kein Wort zu sprechen. Ulrike. Top, die Wette gilt. Gut, das ist ein paar Sekunden. Ich kann da gar nicht zuschauen. Er scheint es zu können. Vielleicht ist der eine unserer nächsten Kandidaten. Vier Stunden schweigen, während wetten das. Wir schaffen das noch mit der Sendezeit. Jetzt aber die Entscheidung, wer ist für heute Ihr Wettkönig? Hier die Telefonnummern, die Sie bitte anrufen, wenn Sie sagen, ich bin der Meinung, die Brücke, erinnern Sie sich noch, ist schon ein bisschen her, war Kandidat für den Wettkönig. 0-1-3-7-1-0-4-4-0-1-1, Brücke, Auto fährt über eine Holzbrücke, ohne Schrauben, ohne Nägel, ohne Leim. Die Nieser, wenn Sie sagen, Niesen war meine Topwette, 0-1-3-7-1-0-4-4-0-1-2. Jetzt darf ich ihr schnell gratulieren. Das war die PKW-Wette, eine Frau auf zwei Reden, blind, gecoacht von ihrem Mann. 0-1-3-7-1-0-4-4-0-1-3. Wenn Sie sagen, die Toasterwette war es, dann 0-1-3-7-1-0-4-4-0-1-4. Hier, Toast-Auswurf-Geräusch, und wenn Sie sagen, das Springseil, das die Zigarren gekrappt hat. 0-1-3-7-1-0-4-4-0-1-5. Lassen Sie sich zu Hause nicht beeinflussen, Sie wissen, wir sind in Österreich. Oder wenn Sie sagen, es ist unglücklich gelaufen, aber man hat gesehen, er kann es. Er hat ja 15 reingebracht und, nee, 16, 16 hat er geschafft, 18 wollte er. 0-1-3-7-1-0-4-0-1-6. Die Billardwette. So, diese sind alle Telefonnummern von Brücke bis Billard von 10-44-0-11 bis 10-44-0-16. Unten bitte die Nummern aus Österreich, Schweiz und Italien. So, jetzt die große Frage, was ist aus unserer Saalwette geworden? Sie steckt in meiner Jacke, nein, sie steckt in meiner Hose. Elf Spieler des Linzer ASK sollen hier einmarschieren und sollen mit Verona Feldbusch in die Badewanne steigen. Verona, ich höre es plätschern im Hintergrund, das heißt, wir haben eine Badewanne. Wir haben dich. Die Frage ist, haben wir die Elfspieler des Linzer ASK? Hallo. Ich sage, top, die Wette gilt. Servus, herzlich willkommen. Das ist Max Hagenmeier, richtig? Max Hagenmeier. Oh. Sind zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, oh, oh. Aber auf den Mann genau. Und spitz sind Sie alle schon, das finde ich klasse. Verona, bitteschön. Sind es denn auch wirklich elf? Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Ja, erst mal hallo. Hallo. Du hast Vorwartgröße. Ja, ich merke das schon. Also. Seid ihr freiwillig gekommen? Ja, wie falsch, mit Freunden drauf. Freiwillig. Haben die Muttis euch Ausgang gegeben und gehört, wann müsst ihr daheim sein? Na, ich glaube, Mehlfuhr, aber ich denke, egal. Aber heute habt ihr verlängert einen Ausgang. Das einzige Problem, das ich ein bisschen sehe, die Linzer Feuerwehr hat hoffentlich warmes Wasser mitgebracht oder wir brauchen den großen Tauchsieder. Verona, bist du, was kaltes Wasser betrifft, empfindlich? Also ich bin zumindest wasserdicht, aber ich muss da wohl durch, oder? Also, ihr müsst euch nicht reinsetzen, aber ein bisschen planschen wäre schon schön. Wo haben wir sie alle erwischt, die Brüder? Das war... Ich habe ein Mikrofon hier dran, sprech mir in die Krawatte. Das war gar nicht so einfach, die Burschen so schnell zu besorgen, aber der Trainer wird sich gefreut haben, sie waren alle zu Hause. Das ist, das ist Sport. Und morgen wird gespielt, ja? Alles Gute für morgen. Wer ist der Gegner morgen? Wir spielen gegen Steier. Hm? Gegen Steier spielen wir. Gegen Steier spielt ihr und das berühmte Entmüdungsbad, das man sozusagen angeboten wird. Hier ist es, aber ohne Schuhe, oder? Ohne. Ohne Schuhe eben. So, gibt's da Kommandos, Schuhe aus? Komm, dir helfe ich. Also ich komme da ganz schnell raus. Hilfst du mir? Ja, selbstverständlich. Wow. Oh, oh, die Bügeleisen. Jetzt bin ich aber ganz schön klein. Ihr Jungs macht das selber. Jetzt ist der Luck-Up. Kann man zu Hause anrufen. Hallo, hallo. Das kostet aber was, auf meinen Schuhen zu telefonieren. Echt, ja? Ja. Aber die kleine Einheit. Das kleine Füßchen, was hast du für eine Schuhgröße? 38,5. 38,5. Wie mein Alter. Machst du das auch immer so vorm Baden? Klar, woher weißt du das? Weiß ich nicht, das mache ich auch immer. Wisst ihr, Verona macht vorm Baden so. Das hat noch keiner gewusst. Wie machst du nach dem Baden? Ja, das machen die Flamingos auch, bevor sie ins Wasser gehen. Ja, siehst du, man kann auch was von mir lernen. Verona, ich bin auch ein Freund der Flamingos. Jo, seid ihr soweit? Der lässt die Socken an, damit es wärmer wird, oder? Ja, komm, komm, komm. So, also Herrschaften. Fröhlicher Badespaß mit Verona. Verona, du führst an. Okay, aber ich habe keine Trinnerpfeife. Also, alle hinterher. Alle Jungs, komm. Oh, ist das geil. Das ist aber ganz kalt. Guck mal. Das ist wirklich kalt. Und sie sieht immer noch schön aus. Guck mal. Das kannst du nicht mit jeder Frau machen. Die meisten gehen entweder weinend nach Hause oder sehen bescheuert aus. Verona, weder. Das kommt später. Nein. Mach mich nass, Baby. So, Moment. Ich darf, ich darf Olli nicht vergessen. Wo ist Olli? Ja, Thomas, moin. Ich bin mir toll ausgedacht. Ich habe mir jetzt noch mal zur Erheiterung einen kleinen Hut aufgesetzt. Ja, das ist ja schade eigentlich. Da hast du deine Wette schon wieder gewonnen. Das wären jetzt, wie mein Bruder immer gesagt hat, wären das neun Kleidungsstücke gewesen, die du hättest ablegen sollen. Ich glaube, ich hätte mir das anders überlegen sollen vorher, dass du die ganze Sendung in der Unterhose moderierst. Und wenn du die Wette verlierst, dass du dann dich anziehen darfst. Aber, naja, was soll man machen? Olli, vergiss es. Das ist ne nasse Verona, schöner als nackter Gottschalk, ich sag's dir. Naja, umgekehrt wäre auch nicht schlecht. Gut, Verona, ich komme gleich abtrocknen, okay? Aber jetzt frage ich mich erst, wer ist unser Wettkönig? Denn das ist die entscheidende Frage, immer noch bei Wetten, dass. So, es dauert, es wird eine knappe Entscheidung. Wette eindeutig für mich gewonnen. Trotzdem, gute Idee. Herrschaften aufstehen. So, nein. Lenni, bleibst du. Zwei Minuten. Aber du hast Pole Position, du darfst als Erster. So. Die Frage, wer ist der Wettkönig? Es war knapp. Die Brücke. Die Niese. Diese aufregende Autowette. Die Toaster. Das Springseil. Die Billardkugel. So nass war ich noch nie. Verona, ja klar, stell dich da auf. Setz dich neben, setz dich neben. Mr. Hacker, das ist wie die Finnen-Sauna, da trocknest du schnell. Also. Oh, ist das spannend. Haltet durch Sportstudio, Freunde. Wir wissen, es war spannend heute. Es gab Derby in München, wie es ausgegangen ist, wissen wir. Aber alles, was dazu zu sagen ist, weiß Michael Steinbrecher. Und er wird es euch sagen. Der Wettkönig. Schwierige Entscheidungsprozesse im Rechenzentrum am Lärchenberg. Der Ted brodelt. Das hat er. Und da ist er. Jetzt laufen hier bei uns die Zahlen. Drei haben sich getrennt. Zwei sind ganz knapp. Und einer hat mit 38 Prozent das Rennen eindeutig gemacht. Wir erfahren die Spitzengruppe. Wer ist bei 15, wer bei 29 und wer bei 38 Prozent? Sie ist die Wettkönigin des heutigen Abends. Elisabeth, auf zwei Rädern. Bitte schön. Johann, ich bin ganz nass vorsichtig. Danke schön. Das war's. Hier. Blumen. Blumen, bitte schön. Passt. Passt zum Jankerl. Und herzlich willkommen im Reichen der Wettköniginnen. Danke schön. Das war's für heute. Schön, dass Sie alle durchgehalten haben. Zu Hause keine Geschäfte. Am 5. Dezember in Erfurt. Johannes Hesters, Harald Junkel, die neue First Lady, Doris Schröder-Köpf, Marius Miller-Westernhagen, Jehudi Menuhin, Phil Collins, Lionel Richie, die Wiener Sängerknaben und, und, und. Bis dahin und natürlich Verona serviert Shampoos. Bis dann, danke und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Applaus Musik Wir sehen uns wieder bei Wetten, dass mit Früchtetraum von Ehrmann.